Wir machen wieder weiter mit FF7 Rebirth, während die anderen alle schon Dragon's Dogma 2 spielen. So, wo waren wir hier? Mit unserem neuen edgy Schwert. Dark Knight Style. Genau, hier gibt es noch ein kleines Kartenspiel. Das ist ein guter Start. Du bist. Weil ich so bin. Während sich die Leute hier noch einfinden, erstmal ne Runde Gechillt-Karten spielen. Lalalalalala. Papi, 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 Papi. Boa, br prevented uns. Du bist auch geboren. Be Marge, Papi, 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 Papi. Der Musik ist jetzt das Tierfeldhe体steil. Das sieht doch sehr gut aus. Das Match müsste eigentlich schon gewonnen sein, an dieser Stelle. Oh wow, dann macht er nochmal seine eigenen Karten kaputt, alles klar. Warum nicht? Ja dann, äh, dann gönne ich mir mal noch das Feld da unten. Mal gucken, ob ich es behalten darf. Und er macht allein, er macht meine Karten kaputt. Du, Sackgesicht. Oh wow. Genau. Ein Sackgesicht, oh ja. Ja, das ist voll klar. Du Affe, ey. So. Hm. Oh je, das wird schwierig. Wobei, ne, da ist ja plus 3. Ja. Wenn der da jetzt nix legt, was irgendwie so übertrieben hoch ist. Was? Wow, ernsthaft? Okay. Er hat noch nen Unentschieden geschafft. Äh, sie. Ja. Ja. Der Mary. Ja. 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 Ich mag diese komische Schlange. Die ist echt praktisch. Die ist echt praktisch. Dachte ich mir, dass er das jetzt macht, aber das ist kein Problem. Jetzt könnte ich nämlich das hier machen. Aber jetzt macht er auch diagonal. Ah ne, okay. Finde ich gut. Also jetzt kann eigentlich, jetzt kann nichts mehr passieren. Ne, ne, ne. Das ist vorbei an dieser Stelle. Da kann er nichts mehr machen. So, mit was mache ich es denn zu Ende hier? Mit dem da. We did it. We did it. Do you want to know why? A while back, I drank way too much, blacked out in the middle of a match, and had an awful nightmare. I dreamed this creepy stranger was trying to chat me up. Which is why this match totally doesn't count. I am still off my game. Next time, you better bet I'm gonna be sauce to the max. So watch out, boyo. Come on, Ian. Meditations on the out loud light. Algorithm, generate. Die Bettwanzen-Lounge. Okay. Okay. No need to say a word. I know your story. I also happen to know that you've racked up a few QB wins at the casino. As its owner, allow me to express my gratitude. Some players have no restraint. You did me a great favor. Take this as a token of my thanks. Before you go though, I have some cards I'd highly recommend for a player as skilled as yourself. Okay, also der Typ hat ja irgendwie ne Quest für mich. Dass ich wahrscheinlich diese Kartenspieler besiegen soll. Ich wusste davon nicht mal irgendwas. Aber er hat mir trotzdem gedankt. Find ich gut. Hat neue Karten im Boosterpack. Wieso ist Chadley als Tomberry verkleidet? So I decided to decide myself. How did I do? Costumes like these are known to elicit a calming effect. So I should be safe. Unfortunately, we can't say the same for Baron. I'm confident of his innocence though. And I will do everything in my power to help prove it. I hope you won't mind my mentioning, but... I've observed that World Intel Collection has stalled of late. I'm certain however, a veteran mercenary like you would never abandon a task. I know you must be dizzy, but I would appreciate your help. There's something beautiful about these... Leute, er hat das Wort Reunion benutzt. So, was haben wir denn noch? Ah genau, es gibt noch das Gemüsebeet, ich erinnere mich. Wo wir ja hundertprozentig irgendwelche Monster killen müssen. Und ich glaube, das ist die letzte Quest, mit der wir hier irgendwie... ähm... Gemüse killen. Wir kommen in die Koraal-Pris海! Und dann können wir den Weg ausbauen. Wir kommen in die Korrel-Prisen! Wie, äh, die Koraal-Prisen! Wir kommen in die Koraal-Prisen! Langsame! Ich glaube, das ist nur eine Koraal-Prisen! Alle on die Rekte, die zerv chợ. Wir kommen in die Koraal-Prisen! Gericht! Wir kommen in die Koraal-Prisen! Das war's für heute. Das war's für heute. Der Defi ist da. Defi, ich brauch deine Hilfe. Mir ist eine Pommes in meinen Ofen reingefallen und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich sie rauskriege. What the fuck, der scheiß Kaktus hat das Gemüse geklaut, Alter. Unerhört. Bring it. Here I come. Alright. Let's go. Ja, das ist, keine Ahnung, also ich hab halt Pommes gemacht und hab die halt rausgeholt, ne, wie man das halt so macht. Und dabei ist mir so eine runtergefallen und die ist dann irgendwie so, ähm, bei dieser Glastür vorne am Ofen ist die so runtergerutscht. Und da unten, also ganz unten am Ofen sind irgendwie so, ich nehm an, dass das für die Lüftung ist, da sind so ganz kleine Schlitze. Und da ist die Pommes natürlich so 100% passend einfach direkt durchgeflutscht. Und die liegt jetzt quasi irgendwo in der Küchenzeile versteckt. Also irgendwie muss ich das jetzt aufkriegen und diese Pommes da rausholen. Oder ich muss drauf warten, dass sie irgendwann verfault und keine Ahnung. Ja, die Tür, die Tür kann man natürlich rausholen, ja. Ich muss halt nur gucken, ob ich dieses, ähm, ja. Ja, ich muss quasi, ich muss quasi unter den Ofen kommen. Das ist ein bisschen doof. Aber irgendwie wird das schon gehen. Ich darf's noch nicht vergessen. Ja. Okay, der Junge nimmt anscheinend überhaupt kein Damage. Du, 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 du. Du hast deine Chance. Nice. Here's it's all now. You're done. Nice. Nothing to it. Warmhaltefach. Nee, nee, das glaube ich, das hat meiner nicht. Also meiner ist wirklich so sehr simpel und wirklich nur einfach so ein Einbau so ein Einbau Ofen. Ich glaube, es wird drauf rausführen, dass ich da irgendwie vorne so eine Blende abmachen muss, so an der Küchenzeile. Und dann kann ich da glaube ich drunter. Ich muss halt nur gucken, wie ich das mache, weil ich weiß nicht mehr genau, ob die einfach nur drauf gesteckt wurde oder ob die angeschraubt wurde. Und ich glaube, sie wurde angeschraubt, aber ja. Mal gucken. Aber irgendwie muss es ja gehen. Zur Not muss ich die ganze Küchenzeile einfach nach oben stemmen. Da oben ist er, ey. Da oben. Komm her. Komm her. Du entkommst mir nicht. Einfach den inneren Viking raus. Ist halt so. Ist halt so. Wieso überlege ich halt einfach, warum keine Ahnung. Warum hebe ich das nicht einfach mit so einer Hand, so einem Finger, mit dem kleinen Finger einfach nach oben heben? Wo sind wir denn hier? Ach, das ist wieder wo ich vorhin war, ne? Ja, da kann man wieder runterhopsen. Okay. Ich hätte mich vielleicht mal heilen sollen. Das wäre eigentlich clever gewesen. Aber wer will schon clever sein? Clever ist langweilig. Going in. Krasse Offensive. Oh, das ist ein krasser Offensive. Okay, wir heilen. Oh, wow. Oh mein Gott, seine Heilung ist ja richtig krass. Habe ich so viel Magic-Attack mit ihm? Ah, jo, stimmt. Jo, stimmt, wir haben hier noch... Ah. Und das ist natürlich geil, ja. Wir sind komplett ausgeglichen, was Magie und physisch anbelangt. Ziemlich cool. Stimmt, und wir hatten noch diesen Cosmo-Anhänger da. Ausgerüstet. Der beides nochmal ein bisschen anhebt. Gute Sache. Gute Sache. Ah, und ich hab... Ja, stimmt. Und wir haben diese Ability genommen, mit der wir uns bei jedem Kill so ein bisschen hochheilen. Das ist auch nice, ja. Ich mag's. Was bist du denn? Toxin. Wo ist er hin? Da unten ist schon wieder Material. Ich schätze, ich muss da lang, aber... Das da unten sieht sehr verlockend aus. So, was bist du denn? Noch ein TP-Boost. Aber der ist auf Level 1. Okay. Den brauch ich dann nicht unbedingt. Find ich aber auch cool, dass man direkt schon Material finden kann, die schon so ein bisschen gelevelt ist. Gerade so im späteren Spielverlauf. Hallo, Basti. Na, guten Abend. Wir sind mal früh dran mit dem Abend. Willkommen, willkommen. Alles fit bei dir? Basti, ich muss dich auch fragen, weil... Jeder, der heute in den Stream kommt, der wird von mir gefragt. Was würdest du tun, wenn du Pommes machst? Und du machst den Ofen auf. Und dir fällt eine Pommes durch so einen Lüftungsschlitz vom Ofen. Einfach nach unten durch. Und die Pommes, die liegt jetzt in deiner Küchenzeile irgendwo ganz unten. Und ist bereit zu vergammeln. Was tust du? Ich klang gerade wie so ein GM bei Pen & Paper so. Hier ist die Beschreibung. Was tust du? Ich befürchte, dass hier könnte mies ausgehen für mich. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen was überlegen hier. Einfach liegen lassen? Ich meine, okay, das ist auch eine Option. Das ist auch eine Option. Okay, erstmal vollheilen. Junge, die machen halt echt viel Damage. Äh. Äh. Oh, great. Same hero you turned out to be. Um. Das ist eine sehr, sehr schwierige Kampf. Ich darf auf keinen Fall in diesen Staffeln drin stehen. Aber das macht richtig, richtig schnell Damage. Junge, ey. Okay, okay, okay. Alles. Okay, okay. 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 Okay, okay, okay. Okay, wir sind gerettet, glaube ich. Prost da, Mann, Herr Lode. Ich würde ihn halt gerne noch, den letzten will ich noch analysieren. Komm. Komm. Gib her. Jawohl. Analyse. Too bad. Ich zeig dir, was too bad ist. Du bist so gut wie tot. Yes. Kompletter Overkill. Hi, Frostermann. Auch an dich. Die wichtige Frage. Stell dir vor, ja? Okay. Mach kurz deine Augen zu und stell dir folgende Situation vor. Du bist eine Küche. Du hast gerade Pommes in deinem Backofen. Ja. Soweit, soweit alles klar, ja? Du hast Pommes in deinem Backofen. Die Pommes sind irgendwann fertig. Und jetzt kommt's. Achtung, Achtung. Jetzt kommt nämlich der Clue, der Plot Twist. Du gehst hin, machst den Ofen auf. Du holst dir so deine Pommes raus, machst sie auf den Teller. Du freust dich schon darauf, die Pommes zu verzehren. Aber dann passiert folgendes. Eine der Pommes beim Rausholen. Sie fällt nach unten. Sie fällt auf die Ofentür, auf die Glasofentür. Rutscht dann nach unten. Und direkt in einen kleinen Lüftungsschlitz unter dem Ofen rutscht sie komplett durch. Und jetzt liegt diese Pommes, diese eine Pommes, sie liegt jetzt in deiner Küchenzeile, irgendwo vergraben. Ganz weit unter deinem Ofen. Was tust du? Was tust du? Ich frag für einen Freund. Ne, das ist mir tatsächlich wohin passiert. Und so auf Anhieb habe ich keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie da unten zu öffnen. Da muss ich mal gucken. Ja, ne? Genau. So, ich glaub, wir haben unser Gemüse alles zusammen. Dann wird es jetzt Zeit, den Schokobot zu füttern. Und dann geht's wahrscheinlich ein Rennen. Äh, wenn ich den Weg dahin finde? Ja. All hail! Pico, du brauchst ein Bild von der Pommes. Aber ich komm noch nicht ran. Wenn ich ein Bild von der Pommes machen könnte, könnte ich sie auch rausholen. Oh, er hat immer noch Hunger. Mehr füttern. Oh, er hat immer noch Hunger. Mehr. Die Leiste ist voll. Egal. Mehr. Nein, mehr. Was? Nein, ich bin noch nicht fertig. Wir haben noch mehr. Oh, okay. Oh, okay, okay. Dann machen wir das. Oh, warte, Moment. Wir können die drei Gemüse jeweils für eines dieser Dinge eintauschen. Aber da muss es ja doch noch mehr Gemüse geben, weil die kriegt man doch bestimmt alle irgendwie. Hm. Erstmal das mittlere Teil. Das wird definitiv in Hande für unsere nächste Champ. Haben Sie Probleme, um das Essen für Pico zu finden? Hm. Zwielichtigen Typen, die hier Leute anwerben, einen ganzen Sack Gemüse gekauft. Okay. Gut, Glückwunsch da, Cutie-Pie. Cutie-Pie? Ah, okay. Jetzt kriegen wir noch mehr Quests, um... Okay. Leute, wir brauchen mehr Gemüse. Untergrund-Kampf-Club? Gut, Glückwunsch da, Cutie-Pie. Wir sind noch längst nicht fertig hier. Wir müssen hier noch... Ah, ich sehe schon, okay. Wir brauchen noch mehr Gemüse. Noch mehr Gemüse. Das sieht gut aus, ja. Das sieht richtig aus. Greetings. Greetings. You, sir, have excellent timing. I'm conducting a seminar and would appreciate your help. And, as thanks for your assistance, rest assured you will be handsomely rewarded. All you need to do is speak with my lovely pupils here. Four of these folks are lying, while one and only one is telling the truth. Your job is to find the odd one out. Ah. There's also a small fee to participate, but I'm sure you won't mind. Okay, Chat. Eines dieser Rätsel. Hm. Also hier gibt's fünf Leute, ja. Es gibt hier fünf Leute und nur einer davon sagt die Wahrheit. Okay. Dann lass mal gucken hier. Warte, wo bin ich denn überhaupt? Äh. Ah ja, okay, okay. Gut, wir fangen dann mal. Hört der eins an. Der müsste hier irgendwo sein. Hey there, buddy. You want this place? I swear. Was gibt's denn hier eigentlich noch? Ist sogar weit runter. Warte. Aber wo ist denn die andere Herausforderung? Die müsste doch auch hier irgendwo sein. Warte, unter mir? Äh, okay. Irgendwo muss es hier nach unten gehen. Nicht gut gesehen mit dem Licht. Willkommen. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Willkommen. Alter, was? Okay. Frostermann, vielen Dank für den Tier 2 Gift-Sub an Shoxi. Das ist typisch Frostermann, ja. Niemand entkommt Frostermann, niemand entkommt seinem langen Arm des, äh, des Sub-Gyptons. Sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Entfesselte Offensiver. Entfesselte Offensiver. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Was ist das? Was ist das? Du bist mein. So lange. Was ist das? Bäm. Bäm. T2 gibt's? T2 gibt's den Shiny Glomander. T3 ist nur dieser hässliche, T3 ist nur dieser super hässliche Typ da. Dieser, guck mal, dieser Wannabe-Chat. Das bin legit, das bin legit ich, by the way, ich mit so'n Gigachat-Filter. Test 0, oha. Alter. Ne, ich glaub auch, ich würd's ihm voll zutrauen, nicht mal gelogen, ey. Okay. Ein Versuchsobjekt, das aufgrund eines Fehlers der Wissenschaftler aus der Forschungsabteilung von Shinra entkommen ist. Es hat sich auf ganz eigene Weise entwickelt, merkt sich die Worte, die er hört, und spricht mit eigentümlicher Betonung. Aha. Mach mal. Hä? Äh, okay, das ist creepy, es bewegt sich gar nicht. Äh, das ist very awkward. Moment, wir machen, Moment. Bevor ich hier Scheiße baue, wir machen mal Analyse. Wenn seine TP sinken, bricht es zusammen und stellt sich tot. Blocke oder weiche dem Konter aus, den es dann einsetzt, und greife direkt danach an, um es schockanfällig zu machen. Aha. Ja. Okay, also der stellt sich irgendwann tot. Hehehe. Very awkward. Ja, die Untertitel, hey. Ich mein, besser als nix, ne? Hehehe. Aber ich muss schon sagen, also die Untertitel sind tatsächlich besser als das, was ich vorher hatte. Vorher hatte ich irgendwie sowas, was... Das hat's komplett verkackt die ganze Zeit. Hehehe. Das hier geht eigentlich oft ganz gut. Nur bei so englischen Begriffen hat es so ein paar Probleme. Aber das kann man wahrscheinlich momentan noch nicht so richtig tilgen. Wirksam ist Feuer. Ja. Der redet ja wirklich. What the fuck. Ja, vor allem Untertitel wirklich so live, dass die auch wirklich schnell rauskommen. Und nicht irgendwie erst so, keine Ahnung, so ein paar Sekunden später. Das ist nicht easy. W-wessen Stimme ist das denn? Erkennt das irgendwer? Oh shit. Ich denke ich verstehe ihn alle. Die Mucke, Alter. Ich denke ich meinst. Nein, ich mag dich dich nicht! Aua. Ja, vor allem will ich halt wirklich Untertitel, die man auch ausblenden kann auf Wunsch. Das ist mir zum Beispiel ganz wichtig. Also ich will nicht haben, dass jeder halt zwanghaft Untertitel die ganze Zeit im Bild hat. Und finde halt mal sowas. Das ist tot? Ey, jetzt will ich es sagt. Let's do the thing! Jetzt ist er auch mal gut hier mit deinem peitschen Shit. Stopp! Ja, ich kreisel dir jetzt auch mal ein. Hier, da. Hat sich ausgekreiselt. Oh, Sarah ist auch da. Just like that, okay? Test null, Alka, tot null. Test, test, tot? Silkeskraut. Ja, das war strange. Ich habe das Gefühl, ich hätte irgendwie erkennen müssen, was das für eine Stimme ist. Das war bestimmt irgendein Easter Egg, aber... Ich konnte es nicht genau raushören. Gibt es hier noch irgendwas? Hallo, hallo, Sarah. Oh ja, Sarah. Oh, hier geht es noch weiter. Oh shit. Oh. Es gibt Waffenupgrade für Tifa hier. Das wollen wir auf jeden Fall auch noch haben. Diebeshandschuhe. Wisst ihr noch, wie ich die ganze Zeit gemeckert habe, dass das Stehlen so eine geringe Erfolgschance hat? Hm. Die erhöhen das nämlich. Und am Ende gibt es das Abzeichen des Bestienbunkers. Oh. Probier es einfach mal. Ja, Sarah ist auch überall. Sarah ist auch so ein... Ich supporte alle. So wie Frostermann, Pfeife, Defi ist auch überall. Das sind so die Leute, die ich überall sehe. Da denke ich mir immer so, ey, die haben bestimmt irgendwie... Keine Ahnung. So sechs Streams gleichzeitig offen oder so. Richtig gut. Und Sarah, auch an dich eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Und zwar... Ja, auch du kurz die Augen schließen. Und stell dir folgendes Szenario vor. Du bist gerade in der Küche. Ja. Du stehst an deinem Herd, an deinem Ofen. Und du machst dir gerade ein paar Pommes. Und die Pommes sind plötzlich fertig. Perfektes Timing. Sie könnten gar nicht besser sein. Und du freust dich schon drauf, die Pommes zu verspeisen. Hebst sie langsam aus deinem Ofen hervor. Legst sie dir schmackhaft auf den Teller. Sie sind goldbraun. Perfekt. Doch dann passiert folgendes. Jetzt halte ich fest. Eine Pommes fällt nach unten. Schlägt gegen die Ofentür. Rutscht an dieser Glastür nach unten. Und rutscht genau. Perfekt. Zu 100% pixel perfekt. Rutscht sie in so eine Lüftungsspalte. Und jetzt ist die Pommes quasi in deiner Küchenzeile. Unter deinem Ofen irgendwo vergraben. Und du hast keine Ahnung, wie du sie da rausbekommst. Was tust du? Come on, whatever. Come on, whatever. Ich komme mir gerade eher vor, als wäre ich in so einem Saturday Night Fever Tanzfilm. Anstelle von irgendeiner Kampfarena. Let's finish this. Oh, weia. Okay, jetzt macht er viel Damage. Und ich wüsste, wie wir halt irgendwie das auseinandernehmen. Genau. Aber man will ja auch nicht, dass die Fritte da jetzt irgendwie vergammelt. Ich muss mal gucken, ob ich genau, ich muss mal gucken, ob ich die, keine Ahnung, die Küchenzeile da irgendwie so auseinandernehmen kann. Das muss doch irgendwie gehen. Das muss sich doch irgendein schlauer Mensch vorher überlegt haben, dass sowas passieren könnte. Genau dieses Szenario. Äh, ja. Okay. Solo gegen Ungeheuer, die nicht gerade für ihre Geduld bekannt sind. Hm, also quasi ich. Du, 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 du. Ah, Bomber und Kokatrice. Hä, häää, der Streamer hat Kockgesackt. So, Feuer. Das end's HERE! Oh je, haha, der geht gleich in die Luft. explodiert er? Ich muss aufpassen, dass der Bomber nicht explodiert, direkt neben mir. Ich glaube, dann bin ich im Aufsch. Ich heile. Mann, lass erst mal die scheiß Feuerball hin. Limit purig. Aber nicht in dem hier. Ich habe das auch schon probiert. Hier ist es ein bisschen anders. Genau, hier ist es einfach nur, dass man dem eine bestimmte Schadensmenge zufügen muss und dann fängt er an zu explodieren. Wird wahrscheinlich sehr bald passieren. Sorry. Oder wir töten ihn einfach vorher. Ja, geht auch. Let's go. Oder einfach kehren, ja. Den Bomber weggebombt. So, das war das Waffenbuch für Tifa. Sehr, sehr, sehr schön. Letzter Fight. Level 34. Passenderweise genau mein Level. Und dann gibt's das Abzeichen des Bässchenbunkers. Bin mal gespannt, was das macht. Äh, Kämpfe solo gegen Wesen, die es auf dieser Welt eigentlich nie hätte geben dürfen und dienen nun all jene, die sie mit Verachtungsstrafen eines Besseren belehren wollen. Oha. Das klingt ja richtig dangerous. Zwei davon, oh ne. Okay, bevor sie irgendwas machen, direkt voll go. Oh shit. Was geht schon los? Alter. Dude, jetzt. Oh mein. Okay, das könnte wirklich hart werden. Ähm, hm. Das war sehr einseitig. Diese High Pitch, du weißt. Das ist irgendwie super strange. Ich frag mich immer noch, ob das irgendjemand sein soll, den ich halt schon kenne. Aus dem Spiel, oder? Der kann mich halt auch einfach so umrennen, das ist... Okay, jetzt hat er sich totgestellt, wie es in der Beschreibung steht. Nice, okay, 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 okay. Komm schon, komm schon, ja, sehr gut. Okay. Bla, 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 bla. You had your chance. Mutantriff, here we go. Here we go. Leider ist der andere schon da. Ja. Nein. Ja, was ist das denn? Ich bin gestunlockt. Never again. Ha, 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 ha. Wie jung war das denn? Get a load of this, son. Alter. Not fucking good. Oh, you got it. Ha, okay, okay, okay. Wir, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir müssen nur eine Strategie herausfinden, wie das funktioniert. Ah. Okay. Immerhin passen die farblich auch sehr gut zu meinem Schwert. Das finde ich cool. Was ist denn, wenn ich da reinlaufe? Geht gar nicht. Cool, cool. Ich dachte, ich kann das den vielleicht klauen, irgendwie. Whatever. Jetzt kommt er auch wieder. Well done. Yeah. Here we go. Here we go. Here we go. That is what feature is. Let's do this thing. Here we go. Here we go. To start, this zone isА. Ha, ha. Right? Yeah. Wenn ich einen schaffe, dann sollte der andere nicht so ein Problem sein, weil ich mich dann nur auf den konzentrieren kann, aber um erstmal dahin zu kommen halt, Junge, dann kann ich mich nicht mehr heilen. Okay, vielleicht sollte ich, hm, ich überlege, was ich noch machen könnte. Ich könnte mir Hass geben. Nein, dieser Kehlenbiss, der trifft mich auch immer. Da muss ich auch irgendwie ausweichen, da. Ja, komm, mach deinen Shit. Komm, mach. Okay, also ich muss ihn angreifen, damit er den Konter machte. Ich werde so fertig gemacht. Ne, das ist, äh, das ist eine Ability, die Cloud einfach hat in diesem Spiel. Also wenn du ausweichst und greifst direkt danach an, dann macht er einen Fernkampfantrag von seinem Spiel. Das ist neu in dem Spiel hier. Also das hätte er quasi auch ohne, komplett ohne Material oder so. Das haben die reingemacht, das ist übrigens eine sehr gute Idee, weil es war zum Beispiel in Remake, im Vorgänger war das super nervig, äh, so fliegende Gegner manchmal zu treffen. Und hier hat quasi jeder so eine Fernkampfattacke auch. Oder zumindest er. Das ist physischer Dämmetri. Weil jetzt komm ich nicht ran, weil der andere da ist. Äh, 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 äh. Okay, das war gut. Wenn ich sowas nochmal schaffe, dann, äh, 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 ä Ich habe eine Materia equipped, die meine physischen Attacken quasi Feuer und Eis gleichzeitig macht. Also alle meine physischen Attacken machen gleichzeitig Eis- und Feuer-Damage. Bitte stirb. Ah, passt. Was? Ich dachte, ich hätte... Oh Gott, nein. Nein! Ah, das war gut. Fast hatte ich einen Down. Fast. Ja, also die sind schwach gegen Feuer. Und ich mache halt Feuer und Eis-Schaden gleichzeitig. Ich muss halt... Also Feuer, ich kann nur zaubern, wenn ich unten so eine Leiste voll habe. Kannst du mal gucken, unten rechts, da wo ATB steht, diese blaue Leiste, die hochgeht. Wenn die in der Mitte ist, habe ich ein ATB und damit kann ich quasi einen Spell machen. Also jetzt kann ich zum Feuer machen. Das war gut. Oh, das war super geblockt. Okay. Okay. Oh, und dann... Dann verfehle ich. Nein. Okay, das war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Das Beste, was passieren kann, ist, wenn sie sich halt totstellen. Genau. Und wenn ich das danach blocke, dann werden sie schockanfällig. Und dann kann ich halt sowas machen. Let's go! Das war guter Damage. Okay, das war super. Das war super, super, super. Und wenn ich Attacken genau dann blocke, so quasi in der Sekunde, wo sie mich auch treffen, dann ist das quasi, dass ich kein Damage davon kriege. Und die Gegner kriegen extra viel Posture Break Damage, sagen wir. Mir fehlt kein besseres Waterburn. Okay, perfekt, okay. Nein, jetzt zaubert er. Okay, scheiß drauf. Wir töten den jetzt mit dem Mid-Break. Und der andere ist auch daneben. Perfekt, dann kriegt er auch Damage. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Stellt sich auch wieder tot, perfekt. Blocken. Schockanfällig. Ähm, ich riskiere das jetzt aber nicht. Ich behalte mich einfach. Genau, Perfekt Curry. Gibt es in dem Spiel auch, was ich ultra geil finde. Weil ich liebe es, in Spielen immer diese Timing-Sachen zu haben. Oder halt irgendwas perfekt timen lässt. Das macht immer mega Bock, finde ich. Beschwörung. So alter Mann, bitte hilf! So, mit dem anderen heile ich mich, aber ich warte noch bis er nochmal angreift. Ja, okay, einmal Blitz, sehr gut, jetzt direkt heilen. Na, jetzt kommt der Shit, gut, dass ich mich gehalten habe. Komm, stell dich tot. Ja, okay, perfekt. Blocken, okay. Okay, schockanfällig, Schock, jetzt drauf, 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 drauf. Jawoll. Lies of Pi schon gespielt, ist tatsächlich schon geplant, ja, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es schon gesehen und es sieht sehr geil aus. Und ja, da geht es ja auch sehr viel ums Parieren. Das steht auch noch auf der Liste, ja. Geschafft! So, dann lass mal gucken, was wir hier gerade gewonnen haben. Irgendeinen neuen Ausrüstungsgegenstand. Das Abzeichen des Bestienbunkers. Verhindert mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit Schaden bei negativen Zustandsveränderungen. Ja, äh, Lies of Pi, das ist ja so ein Souls-like, was so richtig, das geht so richtig krass auf, ähm, auf Parry. Also bei den meisten Souls-Games kannst du ja einfach stattdessen ausweichen, aber bei Lies of Pi, da lohnt es sich richtig krass, wenn du halt wirklich dieses Parieren ordentlich machst. Habe ich auch wirklich mal Bock drauf, das auszuprobieren. Du hast einen Level-Null-Run geschafft bei Lies of Pi? Ja, nice. GZ. Ja, das Spiel sah auf jeden Fall cool aus. Auch von der Atmosphäre, ich mag das irgendwie. Ich bin mal auch gespannt, also die hatten ja am Ende, hatten sie ja so eine Art Teaser drin, ne? Was so ein bisschen wirkte, als würden sie eventuell als nächstes irgendwie so, ähm, so ein Spiel mit Wizard of Oz machen, quasi. Man hat ja diese, diese, die roten Schuhe da gesehen von Dorothy. Ich bin mal gespannt, ob sie das wirklich machen, also ich hätte sehr Bock drauf. Ach so, Moment. Ha ha ha, ich werde das drinnen heute Abend, also... Parry mein... Ne, weißt du Bescheid, Fussel? Was geht ab, Fussel? Ich sehe gerade, okay, auf der Karte sind gar nicht die... Moment, also das hier sind die Leute, ja? Schon mal den dünnen Tom probiert, also ich finde immer noch, dass dieser Drink der beste ist, den man auf der Karte von getürmten Knast finden kann. Ha ha ha, ich werde heute Abend drinnen heute Abend. Okay, Chat, wir müssen den Lügner entlarven, okay? Ne, wir müssen den, wir müssen den, der die Wahrheit sagt, was wir finden. Getürmter Knasti, dünner Tom. Ist das nicht sogar schon die Wahrheit? Hä, ich mein, ich mein, das wär wirklich genau das, was wir da bekommen haben. Hä? Das kann ja nicht so easy sein, oder? Ha ha ha, Moment. Vielleicht hieß die Bar anders, vielleicht war das nicht getürmter Knasti, sondern... Moment. Getürmter Knasti. Und das hier war doch der dünne Tom, oder? Was zum Teufel? Hab ich jetzt wirklich instant schon den Typ mit Wahrheit entdeckt? Wir, wir gucken mal noch, wir gucken mal noch die, die anderen Leute. Was die da machen. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass es direkt der erste sein soll. Okay, also die meint, dass der Waffenladen, dass der Waffenladen auch Potions verkauft. Das klingt für mich ziemlich dumm. Und so, als wär's ne Lüge. Wir gucken mal noch. Ist mein Audio noch okay? Weil es hat irgendwie gerade so ein bisschen... ...komische Sounds gemacht. Hört der mich noch gut? So. So. Audio ist fun, okay. Alles gut. Vielen Dank. Ja, der verkauft Heiltränke, aber das ist nicht der Waffenladen. See ya. Er verkauft Elixiere. Aber die Aussage, die Aussage war... Potions, oder? Also heil, heil Potions. Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass das wirklich direkt der Erste war. Der Waffenladen-Werner hat ein paar Schrauben verloren, wenn du mich fragst. Ich bin... Ich lebe, um Gus' Autobiografie zu lesen. Meditationes auf der Erkrankung. Aber die Buchladen-Werner hat es noch nicht in Kauf. F**k! Scheiße. Hat sich jemand den Titel gemerkt. Gib Gus' Leben am Limit oder so, ne? Uh, ja. Hä, aber das scheint doch auch richtig zu sein. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Chat. Chat, wer ist hier? Wer ist hier der? Oder warte, geht es um eine Lüge? Habe ich das vorhin falsch gelesen? Weißt du, wer die Wahrheit sagt? Hä? Ich sage es halt, wir wissen nicht, ob... Ne, das könnte eine Lüge sein, weil er sagt, dass alle Drinks verdünnt sind. Aber es ist wahrscheinlich nur der verdünnte Tom. Äh, der dünne Tom. Das Getränk heißt wirklich so, ja. Im Deutschen ist es mit dünner Tom übersetzt. Aber er sagt halt auch... Vielleicht hat jeder zwei Aussagen. Moment. Ne, sie hat nur einen Text. Aber sie lügt ja auf jeden Fall. Ich sage jetzt einfach mal, er lügt auch, weil... Ich denke, dass die Aussage, dass alle Drinks so verdünnt sind. Und ich glaube, das ist falsch. Und sie lügt ja auf jeden Fall auch, weil er hat keine Heiltränke, er hat Elixiere. Das ist auch eine Lüge, weil die werben ja wirklich vor dem Buchladen. Die werben ja mit Megafon für genau dieses Buch. Also ich glaube, das ist auch eine Lüge. Okay, sie sagt, dass... Der Unterschlupf von Gus, der hier irgendwo ist... Da ist Graffiti und sie findet den Glückskaraktor besonders cool. Könnte stimmen, ich weiß es nicht. Und was hat er? Stunde Null ist falsch. Das haben wir ja gerade... Genau. Das Vieh hieß nicht Stunde Null. Also er ist definitiv am Lügen. Sie könnte die sein, die die Wahrheit sagt. Wir gucken jetzt mal, ob wir diesen Kaktor da finden. Ich glaube, die Frau... Ich glaube, die Frau ist die... Die Wahrheitsfrau. So, ja hier ist das ganze Graffiti. Und wir suchen einen Glückskaraktor. Boah, das ist aber auch Hardcore, das jetzt zu finden hier. Das hier unten zählt nicht mehr dazu, glaube ich. Ist hier irgendwo ein Kaktor? Ist hier irgendwo ein Kaktor? Da steht halt Good Luck, aber da ist kein... Hier drinnen könnte es natürlich auch noch sein. Hey da, Honey. Ich will fast behaupten, das ist wahrscheinlich das Richtige, weil das hier am schwersten zu finden ist. Aber ist jetzt auch nur so geschätzt. Ich sehe aber, ich sehe keinen Kaktor. Also, also... Also, Kaktor sind diese... Diese Kaktien-Piecher. Also, entweder... Entweder ist sie die, die die Wahrheit sagt, oder es ist dann doch dieser... Dieser erste Typ. Vielleicht war es ja dann doch so easy. Naja, also ich sehe hier nichts. Ja, vielleicht ist es wirklich der mit den Getränken, wirklich. Ich gehe nochmal, ich gehe nochmal schnell in die Bar. Ich will nochmal gucken, ob die sagen, dass wirklich alles verdünnt ist. Weil das, das ist halt, das ist halt das, was mich verwirrt. Und keine Beschwerden von wegen, der ist zu dünn. Das musst du. Okay, vielleicht stimmt es so wirklich. Hier ist alles verdünnt. Okay. Dann ist es wirklich der erste. Wow, das ist... Wow. Da hätte ich mir verdammt viel Zeit sparen können. Ja, ich glaube, ja, dann ist es wohl der erste. Egal. War trotzdem lustig, die anderen Sachen zu entlarven. So, jetzt ist der Moment der Wahrheit. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Yes, wir sind schlau. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ich glaube, ja, ich glaube, ja, ich glaube, das ist alles, was man hier machen kann. Jetzt holen wir uns noch dieses neue Schokobo-Outfit. Und dann geht es, glaube ich. Und dann geht es, glaube ich, zum Rennen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, no, 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 no. So, was für die Art der Gäste hast du im Markt? Für was mache ich es? Nun, das habe ich alles. Jetzt geh und schick die Tarn aus diesen anderen Jockeien. Warte, warum hat der Streamer die ganzen Mädels ins Gefängnis gesteckt? Warum sind die hinter Gettern? Ich dachte, das passt so. Ey, wir haben mittlerweile schon echt viele Outfits. Junge. Guck mal, jetzt habe ich einen passenden Schokobo zu meinem Edgy-Schwert. Jetzt habe ich auch so einen Edgy-Schokobo. Eigentlich passt der Helm auch gut hierzu. Vor allem können wir es ja noch umfärben auch. Für das Rennen brauchen wir so ein richtig cooles Outfit, Jungs und Mädels. Damit die direkt wissen, jo, das hier ist der krasseste Schokobo. Gegen den können wir gar nichts machen. Moment, ich will erstmal gucken, wie wir den hier oben umfärben können. Achso, das sind echt nur so die... Äh, okay. Dann mache ich das einfach komplett schwarz hier. Da ist ja schon genug Rot dran. So, Farbe 2. Das machen wir ganz Rot. Ach, das ist da... Oh, das ist da in der Mitte, okay. Junge. Ja, ein bisschen dunkler würde ich es doch schon haben. Das soll zu diesen Hörnern soll es passen. Ich glaube, das hier ist ganz gut. Okay. Ja, der wird die anderen das fürchten lernen. Jawoll. Was ist ein Vieh? So, seid ihr bereit oder was? Wie die sich direkt wieder ran macht, oder? Ich glaube, das ist das gleiche Hito, das in der Dessert ist. Du solltest ihn sehen, das erste Mal sehen, der der Schokobo. More dirt than Schokobo. Couldn't so much as give a Sequoia without coughing up sand. Er ist ein whole new bird now, though. Might even have what it takes to win. Question ist, do you? Even die schnellsten Schokobos können nicht mehr schwarz ohne den richtigen Jockey. I've seen my fair share of promising birds wasted on riders who didn't know their asses from a hole in the ground. Believe me. In the racing world, it's all about who's holding the reins. No pressure, though. Okay, on you go. Die, 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 die. Die Didi-de-dee... Die Cheid Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Schoko-Bug? Hey, Joe! Wieso? Du wirst am Tag ein schöner Schoko-Bug geritten. Oh! Wo bin ich denn? Das hier ist Joe. Er ist einer von Sam's Jockees. Und, so wie es mir schmerzt, er ist der beste Schoko-Bugger im Sport. Ja. 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 Der Ballon erhöht deine Geschwindigkeit um eine Stufe, maximal 10. Fertigkeiten-Ballons? Ist es wirklich wie Mario Kart? Ach du Scheiße, okay. L1 für eine Schokobo-Fertigkeit. Achso, das ist so ein bisschen wie bei... Ach, das ist wie bei FFXIV. Abhängig davon, was für eine Art der Schokobo ist, hast du halt eine bestimmte Fertigkeit. Okay, Sprint-Ballons, R1. Oh, was? Okay, wow. Das Driften ist ein bisschen anders als erwartet. Oh ja, man muss das voll früh machen. Hier vielleicht? Ja! Oh Gott! Ohoho! Ohoho! Okay, also ich glaub... Ich glaub, ich verstehe. Ich speichere mal vorher trotzdem ab. Für den Fall der Fälle. Das wir jetzt so richtig verkacken. Oh-kohoho! Oh nicht das! Uh-oh! Quark! Quack! Quack! Ich werde es überślę, Joe. Ich werde es upbeérica, ich werde es über Ja. Nein, gecheatet wird nicht. Ich werde euch schon zeigen, was dieser Joe kann. Nix. Hyperion ist Joe's Bord und es ist ein fast und ruckiger Sonnenschein. Hyperion? Oh Gott. Ich glaube schon. Ich weiß nicht so recht, aber ich glaube schon. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Gewicht, Kurventechnik, Stärke und Intelligenz. Je höher die Werte für Geschwindigkeit und Beschleunigung sind, desto schneller rennt dein Schokobo. Schwere Schokobos können den Kontrahenten durch einen Rempler kurzzeitig aus dem Konzept bringen, fliegen jedoch nicht so weit. Mit einer guten Kurventechnik liegt dein Schokobo besser in der Kurve, starke Rennfliegel kommen nicht so leicht entschlittern und eine hohe Intelligenz rückt sich positiv auf die Fertigkeit aus. Oh mein Gott. Und die angelegten Sachen verändern die Statuswerte. Oh fuck. Okay. Ähm. Okay. 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 Oh Mann. Okay. Das hier ist mein momentanes Setup, ja. Ich habe sehr gute Beschleunigung, sehr gute Kurventechnik und hohe Intelligenz. Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich mag die Ability nicht, erhöht alle Statuswerte drastisch, falls der Schokobo in der letzten Runde auf Platz 7 oder schlechter ist. Das ist doch Mist. Erhöhte Sprintzahl, gewährt dem Schokobo einen zusätzlichen Sprint. Okay. Das klingt gut. Meister des Abseits. Das verhindert einen allzu starken Geschwindigkeitsverlust außerhalb der Rennstecke. Das könnte auch gut sein. Was gibt es denn hier noch? Erhöht Beschleunigung, nachdem der Schokobo überholt wurde. Erhöht die Geschwindigkeit. Ich glaube. Achso, aber die Kurventechnik geht runter. Moment, wir machen jetzt mal, wir machen jetzt mal ein ganz anderes Setup. So. Ich will irgendwas mit... Witzigerweise ist die Alleskölner Cappy ziemlich gut. Ich mag die. Von den Werten her auf jeden Fall. Raketenstart. Okay. Erhöhte Sprintzahl. Ich glaube, ich hätte gerne sehr viel Geschwindigkeit und sehr viel Kurventechnik. Ich glaube wirklich, dass diese Alleskönnersachen sind richtig gut. Erhöht den Effekt der Beschleunigungswörter. Oh, ja. Jo, Mu. Hey, vielen, vielen Dank für dein Resub. Kleiner als drei. 48. Warte mal, das heißt doch... Das heißt vier Jahre. Vier Jahre, Mu. Vielen lieben, herzlichen Dank. Vier Jahre schon am supporten, Alter. Richtig, richtig, richtig geil von dir. Vielen, vielen Dank. Wir sind hier gerade am Schokobo. Zusammenstellen für das Schokobo-Rennen. Erhöht die Geschwindigkeit des Sprints. Das ist auch gut. Alles Gute zum Vierjährigen. Ja, auch nicht. Ich glaube, ohne Witz, ich glaube, diese Alleskönner-Dinger, die haben wirklich die besten Werte. Die gefallen mir wirklich am besten. Ich probiere es mal mit denen. Oh, je. Oh, je, oh, je. Bin gespannt. Das sind mehr als fünf Stream-Babys, Jo. Langsam essen die uns alles, äh, alles weg. Können wir gar nicht mehr bezahlen. Ja gut, Alleskönner ist ja unsere deutsche Übersetzung für Merc. Du bekommst ganz unangenehme Kingdom Hearts-Vibes. Es hat schon, ja. Also man spürt schon einen Einfluss auch von solchen Spielen. Das stimmt. Oh, das sieht geil aus. Oh, das ist ja ein Butterscotch, I see. Bottoms up. Oh. Hmm. Hmm. Get eyes on him. Oh, I'm fine, thanks. Do you know how hot it is out here? I'm melting. Da ist was dran. Ich bin da, so soon as I can. You freaking better. And bring something cold to drink. Or better yet, ice cream. Is vanilla okay? No, vanilla. Okay, ich mag sie. Keine Vanille. Vanille-Eiscreme ist so langweilig, Leute. Das geht einfach nicht. Es ist... Es ist ein Sequel. Es ist ein Sequel. Es ist ein Sequel, definitiv. Also, ich werde jetzt nicht verraten, was genau passiert, weil das wäre ein Spoiler, aber denk dir einfach parallele Universen. Dann hast du ungefähr eine Idee, wie das ungefähr in Szene gesetzt ist. Zitrone, ja, sowieso. Also, warum bin ich so lahm? Nein, oh Gott. Nein. Wir verlieren. Sowieso, ich bin sowieso so eher so ein Freund von Frucht, äh, Geschmacksrichtung. Also, ich mag gar nicht so, so normale Sachen wie, äh, wie Vanille und Schokolade finde ich sehr langweilig. Okay, ich hole auf. Ah! Scheiße, das ist gar nicht so einfach. Oh Gott, hier muss ich driften. Ah! Ich schaffe es auch wirklich, weißt du, da ist so ein riesiger Batzen von Items und ich schaffe es wirklich, komplett durch die Mitte zu laufen und keinen davon zu bekommen. Scheiße. Okay, okay, es geht aber voran. Es geht voran. Ich hab jetzt auch einen Sprint. Let's go! Das hat echt so ein bisschen was von Mario Kart. Driften! Okay, so langsam, so langsam komm ich rein. Ja, so langsam hab ich ein Feeling. Da vorne ist er! Da vorne ist er! Okay, okay. Gaming, gaming. Fuck! Nein! Nein! Nein, nein, jetzt verpass ich den! Fuck! Oh! 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 Jawoll! Wuh! Easy! Wir alle abfeiern! Au! Au! Wuh! I knew I'm back to winner. You're the real deal, kiddo. I just provided the encouragement. And thanks to you, my prison's gonna be a goddamn palace. Good for you. Was ist mit ihm und seiner Frau? Keine Ahnung, er ist irgendwie... Er ist hier quasi der Gefängnismärter. Aber er wirkt halt wie so'n Hip-Hop-Typ mit fucking Goldzählen und Gangster und keine Ahnung. Easy, Snowflake. Solemn Gus ist ein Mann seiner Worte. Are you scared I'll break my promise? Ich find seine Gestik ziemlich geil. Er wird erwartet, um dich durch den Dessert. So sei ein guter Tourist. We got old Shooty McShootersen tied up nice and tight in a shack out in the scrapyard. Wisst ihr, an wen hätte ich so'n bisschen... Der erinnert mich an diesen einen Typen. Äh... Ah, wie hieß denn der? Ich glaub, da gab's so ne Serie auf MTV auch. So'n Typ, der da vorne immer so ne goldene riesige Uhr hängen hatte. Wisst ihr, wen ich meine? Ich hab total vergessen, wer das war, wie der hieß und was der eigentlich gemacht hat. Aber ich erinnere mich an seine goldene Uhr. Man, jetzt überleg ich die ganze Zeit, wer war das denn? Aber ich komm' nicht mehr drauf. Ist es nicht mehr so, dass es einen anderen Schraubstuhl, die auf einem Killing-Spray ging? Wir kennen ihn. Er würde das nie machen. Na, wir werden schnell genug finden. Fl-Flavor Flav. Jo, stimmt, Sarah. Ja, das ist es. Flavor Flav. Jo, stimmt. Stimmt. Und ich weiß nicht mehr, was das für ne Show war. Ich glaub, der hat da auch ne Frau gesucht, oder? Kann das sein? Ja, das ist... Ja. An den erinnert mich der Typ. Ne, die ehren sich... Ne, aber wirklich nur wegen diesem... Wegen diesem fetten, goldenen Ding auf der Brust. Das ist wirklich der einzige Grund. Da 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 Bow, 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 bow. Ja, ich weiß auch nicht. Also der Typ ist irgendwie so, also nicht Flavor Flav, sondern der Typ hier im Gefängnis, der ist irgendwie so ein Mix zwischen irgendeinem Hip Hopper und irgendwie so Saturday Night Live. Saturday Night Fever. I don't know. Ganz strange der Typ. Hallihallo. Oh, Vogel. Wow. Wieder so eine Stelle, weißt du, ich komme da raus, ich sehe das hier und ich denke mir nur so, alter. Geil. Wir sind in der Wüste. Wir haben es endlich in die Wüste geschafft. Da oben ist die Goldsauce. Flavor Flav ist, ja, der war auch, genau, der war damals, das ist schon eine Weile her, aber der war damals schon nicht mehr jung. Deswegen fand ich das auch so weird. Also nicht nur deswegen, aber, keine Ahnung, da waren halt so, 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 so 20-jährige Mädels irgendwie und der Typ war halt auch schon 50 oder so und, I don't know. Das war halt wieder dieses typische Gold-Digging, ne? Aber ja, sie haben ihn ja ach so sehr geliebt, natürlich, natürlich. Sie wollten definitiv nicht sein Geld. Aber hey, wenn alle Beteiligten glücklich sind, dann whatever, ne? So. Klingt wie ein ganz normaler Dienstag, ja. Was haben wir denn hier alles jetzt? Kann ich jetzt eigentlich auch wieder schnell reisen? Ich glaube schon, oder? Genau, wir hatten ja diese Quest hier drüben. Die meinte, wir sollen in die Wüste gehen. Und dann war hier aber alles blockiert. Ich frage mich jetzt auch, ob da jetzt vielleicht offen ist. Wo wir jetzt quasi offiziell in die Wüste dürfen. Könnte aber auch mal direkt hier rüber zu dem Turm. Dass wir den mal fertig haben. Oder ich könnte hier erstmal unser Karten-Match machen. Dass ich das nicht vergesse. Weil ich glaube, wir können jetzt hier schnell reisen, oder? Oh, ist zurzeit nicht verfügbar. Okay, never mind. Ist er jetzt... Er läuft einfach so mit, ne? Er ist nicht in meiner Party. Oder? Nee. Okay. Okay. Noch ist er nicht in der Party. Ich kann hier nicht weiterschwimmen. Okay. Du kannst das nicht tun. Es ist eine Open World, aber du kannst es nicht tun. Du kannst hier nicht lang. Hier auch nicht. Ja, okay. Die machen das 100 pro, machen die das bald auf. Dass man hier komplett rumlaufen kann. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal so der Story folgen. Ich gehe fast davon aus, die warten, bis wir mit der Vergangenheit von Barrett fertig sind. Weil es hier ja fast aussieht, als könnte ich hier durch. Nee, okay. Guck mal, da drüben ist aber auch so ein Schokobo. So ein kleiner. Der will mir zeigen, dass da eine Bank ist. Aber ich komme nicht rüber. Es tut mir leid. Wir machen das später. Okay, ich komme wieder. Ist ja nicht traurig. Voll zert, Mann. Okay. Folgen Sie diesem Vogel. Vogel. Ich muss nochmal sagen, wie cool ich es finde. Oh, das ist ein Chimian. Ich muss mal sagen, wie cool ich es finde. Wie die das gelöst haben hier mit diesem, ähm... Dass die Tiere, die man trifft in der Oberwelt, dass die einem immer den Weg zeigen zu irgendwas coolem. Weil da hast du halt so dieses... Okay, du weißt ungefähr, wo du lang musst. Aber es ist halt nicht so ein direktes Backseating. So für mich, ja, folge mir, geh da lang oder so. So, die habe ich ja auch schon analysiert. Irgendwas wollten wir mit Tifa lernen. Ich glaube auch, ich weiß was. Genau, auf Hochtouren. Und um das zu lernen, müssen wir einfach nur das hier benutzen. Und dann direkt danach eine andere Fertigkeit. Ja, genau so. Vogel! Wo ist er hin? Warte. Wo ist er hin? Wie proceeds? Wo ist er hin? Das ist ein Feierkuss. Wo ist er hin? Wie ist er hin? Wo ist er hin? Was ist er hier? Was ist er? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, er war schon tot. Da vorne sehe ich was zum Hochklettern. Ich glaube, da will der Vogel auch hin. Aber was ist denn? Was ist denn hier? Oh, der Yacht. Dangerous fiends may be in the vicinity. Exercise caution. Rare Spearhoff variant identified. Commencing Gigan's Protocol. Look closely. What appears to be a beak at first blush is in fact a sharp helix-shaped bone protruding from the forehead. It's not for show. While most predatory birds use their talents to hunt, the Spearhoff uses its horn. With one clean thrust, they can skewer their quarry. Then slice and dice it with ease. Careful now. We don't want that beautiful face of yours full of holes. They're nothing. Get him. That's it. I'm scanning. So, schwach gegen Feuer. Absorbiert Blitz. Nutze ihre elementare Schwäche aus, um sich schockanfällig zu machen. Klingt easy enough. Wow, I almost feel sorry for that. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen. Es verbrüßt. Ich mach mal jetzt nur ein normales Feuer, denn wir wollen ja auch noch, dass die geschockt werden, für die eine Mission da oben links. Nice. Nice, okay. Papa. Ich finde, dieses Jingle klingt auch so ein bisschen wie was aus Breath of the Wild. Kleine das nicht so ähnlich, wenn Link da seinen komischen, ähm, ich hab vergessen, wie es heißt. Aber wenn Link dieses Ding auspackt, das hat doch auch mal so ein ähnliches Jingle. Ah, so. Das war toll, dass wir das hier gefunden haben, aber wir sollten jetzt wieder dem, äh, Vogel folgen. Vogel? Wo ist Vogel? Bei diesem komischen Kaktus links. Ja. Da ist er. Steht da ein Auto? Oh shit. Barrett. Da ist er ja. Garuda, ja. Nee. Wäre aber cool. Garuda gab es gar nicht in FF7. Tatsächlich. Ist einer der Teile, wo Garuda nicht vorkommt. Stattdessen gab es hier Typhoon als, äh, Windsamen. Schaut, wer, der決定, um die Kolosseum-Lobby aufzutreten. Sie sagten, die Kolschum-Lobby aufzutreten. Sie sagten, die Kolschum-Lobby hat eine Schmutzung für ein Arm. Die Kolschum-Lobby hat eine Schmutzung für die Kolschum-Lobby hat eine Schmutzung für die Kolschum-Lobby hat. Die Kolschum-Lobby hat nur umgekehrt. Die Kolschum-Lobby hat nur umgekehrt. Die Kolschum-Lobby hat auch umgekehrt. Die Kolschum-Lobby hat nur umgekehrt. Die Kolschum-Lobby hat nur umgekehrt. Aber auf der Weg zurück. Wir sind so weit. Gott, nein! Nein! Barrett! Dine! Das ist der Herrmann! Das ist Shinra. Sie haben gerade angefangen und haben angefangen. Ich denke, sie versuchen zu schützen, was passiert im Reaktor zu tun. Für die Blamer... Hey! Over hier! Bitte... nicht... Tim... Das ist nicht passiert. Gott, verdammt! Die Stadt. Marlene und Elinor könnten immer noch da sein. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht. Die Szene, die jetzt kommt. Sie macht das sogar selbst, oder? Ja. 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 Sie macht das sogar selbst, oder? Oh, Alter! Hohoho! Das ist krass! Hohoho! Nein! Nein! Ich hätte es nicht mal schlimm gefunden. Hätte jetzt einfach so, keine Ahnung... So auf Schwarz geblendet und dann einfach nur die Töne oder so, aber... Boah, krass. Jesus. Vor allem ist es noch richtig Gigachat mäßig weiter festgehalten. So richtig lange noch. Krass. Aber ja, deswegen... Bei ihm... Bei ihm war es der rechte Arm. Bei seinem Kumpel Dein war es der linke Arm. Until Doc Sheeran came along and saved me. Put me back together. Most of me anyway. There was no saving my arm. So I made a call. Instead of the normal prosthetic, I chose the means to an end. I guess Dain had the same idea. I guess he did. I resigned myself to the fact that he was dead, but if I'd known he'd survive too, I... So that's why Dain shot all those people? To get back at Shinra? I don't know. I saw him at the saucer. Saw the bodies and the bullet holes. But that's not who Dain is. Whatever his faults, he's not a monster. If I can find him, talk to him. I know we can figure this out. Well okay. What are we waiting for? No time like the present. No time like the present. Oh. Waffe. Vulkan-Kanone. Jawohl. Schleudert den Gegner mit einem heftigen Angriff in die Luft. Zusatzeffekt nachladen. Uh. Oh ja, okay. Ah, das ist ein bisschen komplizierter zu lernen tatsächlich. Aber... Okay, ich verstehe. Mehr Feuerstoß-Damage. Und ETB-Verbrauch. Mehr Feuerstoß-Damage. Mehr Feuerstoß-Damage. Und ETB-Verbrauch. Äh, ja gut. Da Barret und Tifa noch ihre Ability lernen müssen, würde ich jetzt tatsächlich ein Team machen aus Cloud, Barret und Tifa. Der Klassiker. Das ist das Avalanche-Team-Setup. So. Also wir müssen im Prinzip hingehen. Und unser Nachladen da unten fast voll kriegen. Und dann benutzen wir seine neue Ability. Und dann müsste theoretisch das Nachladen voll werden. Und wir kriegen Angeschicklichkeitsbomens. Ah, da! Das! Das, nichts zu dem. Jep. Okay. Da, 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 da... Da, 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 da... Und du bist sicher, dass er hier ist? Wir sind sicher. Die Stelle, die Stelle im Original war immer so traurig für mich irgendwie. Es war immer so eine ganz komische Stimmung irgendwie. Deswegen bin ich mal super gespannt, wie das hier ist denn. Go. Ja, okay. Es ist auch, es ist genau das gleiche. Krass, okay. Oh, bin ich froh, dass sie es wirklich genau so machen. Oh, shit. Okay. Dann müssen wir eventuell hier ein bisschen was ändern. Für das, was gleich passieren wird hier. Und dann können wir zwei machen. Ich bin vorne mit dem, was das Users ist. Ich bin vorne mit des Läónge zu blockieren. Segen ich nur, dass ich voll traurig, ohne dass sie es ist. Ich bin vorne mit dem Band. Ich bin vorne mit dem, was ich mit SInnen. Ich bin vorne mit dem, was ich bin vorne mit. Ich bin vorne mit dem, was ich bin vorne mit. Wie begeistert. Es wäre bald. Die Musik auch. Zau direkt rein. Mal schnell die Waffen-Abilities checken, er hat noch 10 Punkte, zumindest die sollten wir noch schnell verteilen. Beschleunigt das Nachladen von Feuer, das wäre im Moment sehr passend, tatsächlich. Feuer. So. 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 Lass es mal hinsetzen. Lass es mal. Dine. That's you. Hey. I... I know you. Dine. Hang on. I'll get you out of here. As I live and breathe, Eric Wallace. Come on. Bless your heart, dropping by for Eleanor's birthday. What? Bill. Marlene. Set a place for Barrett. Yeah, he's looking fit as a fiddle. Good question. She ain't with him. Where's Myrna? She oughta be here. Dine. What happened to you? I'll come to think of it. I don't see a gift, neither. But you ain't the kind to come empty-handed. God damn it. Hey. He'll see his kind doin' here. You son of a bitch Still living on Shinra's gill No, man, it ain't like that Stein, stop! Go on then, do it Please, I'm here to help you You, here to help me? He's here for you To take the load off your shoulders, right? Same old shit Let's go, man Just you and me, then It's high noon Right now Hold still Get it together Come on out Hold still Oh shit The best of friends together again Ain't it beautiful Oh shit Oh shit Scheiße I thought you were here to help me I thought you were here to help me This ain't shit Nein Mach das doch nicht immer genau dann Wenn ich irgendwas mit Animation-Log mache Fuck There he goes again, our fearless friend Screw this I'll kill you Get it together My turn, asshole I'll see you in hell Was zum Ähm, okay, das ist neu Was zum Teufel Okay, das war nicht im Original I'm gonna die Holy shit Äh Oho Oho Okay, eigentlich wollte ich mir das Limit aufheben für ihn selbst, aber... In dem Fall Abgrundtiefer Hass, Alter Nice Was ist Hahaha Molotow Cocktail natürlich Hahaha Auch ein Klassiker Fuck Fuck Hang in da Nein, nicht in die... Oh mein Gott, noch in die Mine rein Oh, Scheiße Fuck 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 Whoooo One on one, baby Get on with it Nein, Dunn. Es ist vorbei. Über? Du denkst, dass das übernommen ist? Das ist nicht so nah, bis zu übernommen! Dann endet es. Meid. Ich kann nicht mehr so leben. Barrett! Bleib weg! Du möchtest, nicht wahr? Weg weg! Aber wo das mir verlassen? Ich dachte, du willst du helfen, dein eigener Freund! Was? Keine Worte! Keine Worte? Was? Keine Worte? Was? Keine Worte? Wenn das Gewin wird schwer, er ist weg! Ja, du hast recht. Über alles. Ich sollte ihn nie glauben. Aber das Geld... Ich glaube, er hat unsere Leben verändert. Ja, er hat ihn geändert. Ich kann ihn jetzt hören. Elinor. Es ist klar wie ein Tag. Er hat mich zu stoppen. Er hat dir den Vorteil des Gefahr. Er sagt, du hast nichts falsch gemacht. Aber dann, wer wird Antwort auf was passiert? Oh, ich weiß. Shinra! Always Shinra! Was ist mit mir? All die Leben, ich habe, nur um die Hälfte in meinem Herz. Nur um die Vögel, die haben gelegt. Ich will sie wiedersehen. Und ich weiß, was ich tun muss. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich sag's ihm halt. Ja. Ich sehe immer, wie ich bin. Ja. Ich bin in der Nucca. Ich frage sie. Ich bin in Mika. Die Vögel hat ihren Mami, auch eine Kleine. auch. Nach dem alles, ich wusste nicht, was zu tun. Myrna war tot, und ich dachte, dass du auch bist. All ich hatte war schuld und schweig, und das Schmerz war zu viel. Aber Marlene gab mir die Kraft, um weiter zu gehen. Ich werde weitergehen. Sie hat fast zu sterben. Die Haus war zu kommen, als ich sie riecht. Und seitdem, sie war meine Grund, um in der Morgen zu sein. Du hast meine Baby-Girl aus mir gebracht. Du wusste, dass sie der Welt für mich bedeutet. Du wusste. Und trotzdem, du hast sie verbracht. Das ist nicht wahr. Du hast alles aus mir gebracht. Alles und jeder. Du hast es gewonnen. Dane, wir können Marlene sehen, jetzt. Schau mal, Barrett. Du denkst, ich will Marlene sehen, was ihr Vater hat sich gemacht? Mom, stop! Mit all this goddamn blood on my hands, how could I ever hold my daughter again? No! Dain... Hey! You carried that guilt... that weight... Dain... Dain... Maybe... I'm warm. I missed you. Nooooooo! Barret! Cloud, look! Nooo! Oh, ich muss... Ich muss mal ganz kurz fassen. Oder sowas. Aber wie gut, oder? Wie krass die Story einfach ist. Das ist halt so... Das ist halt so eine dieser... Eine dieser Charakter-Stories einfach so... Die jetzt nicht mal irgendwas so im Großen und Ganzen irgendwie mit der Hauptstory zu tun hat, sondern einfach so... Ja, hier ist euer Charakter. So war es bei dem früher und... Das hat sich daraus ergeben. Und... Keine Ahnung. Also ich finde das gerade so in diesem Spiel... Ähm... Einfach... Das macht halt diese Charaktere auch so sympathisch. Also... Sogar im Final Fantasy Universum, wo es ja wirklich oft coole Charaktere gibt... Finde ich das... Die Charaktere aus diesem Spiel, aus 7... Ich weiß nicht, da steckt einfach so viel... Da steckt einfach so viel dahinter auch. Ich weiß nicht. Das macht die irgendwie alles so mega sympathisch und... Tatsächlich hat wirklich jeder von diesen Charakteren irgendwo so eine... So eine eigene Charakter-Story. Äh... Das war jetzt halt die von Barrett. Aber es ist halt... Es ist echt krass. Ja, Taschentücher erst. Es ist krass. Sie haben es tatsächlich ein bisschen anders gemacht als im Original. Ähm... Aber ich muss sagen, ich finde es so fast noch besser. Im Original war es so, dass sich die beiden dann auch so zu so einem... One-on-one-Showdown quasi treffen. Wo sich dann so ein bisschen so die... Ja... Ja, wo man sich drüber streiten könnte, ja... War das, was Dain jetzt gemacht hat, kann man das irgendwie rechtfertigen? Weil ihm wurde halt wirklich alles weggenommen und so und... Er wollte sich halt an diesen Leuten rächen, die ihm quasi sein ganzes Leben kaputt gemacht haben. Und dann ist Barrett halt einfach da und er wusste halt nicht, dass sein Freund halt noch lebt und... Dachte sich so, ja, er kümmert sich dann wenigstens halt um die Tochter. Und dann findet der das raus, aber jetzt... Also teilte sie ihm halt mit. Und dann denkt er sich halt so, ja, krass. Mir wurde alles weggenommen, jetzt kommst du noch dahin. Du, der quasi für alles schuld ist. Und nimmst mir jetzt quasi noch die Tochter weg. Und das ist halt... Ja, irgendwo kann man's verstehen. Natürlich ist es auch fucking traurig. Aber... Ja, es ist... Keine Ahnung. Also wirklich sehr, sehr krasse Story. Da hab ich auch... Ich weiß noch genau... Jedes Mal, wenn ich an der Stelle war im Original... Das war immer so... So... So ein Uff-Faktor. Wo man eigentlich nicht so richtig weiß, was man denken soll. Weil... Keine Ahnung. Man kann irgendwie alles so ein bisschen verstehen, aber... Natürlich... War's halt halt von... Von Dein auch nicht richtig jetzt irgendwie da... Äh... Mehr oder weniger amok zu laufen und halt einfach Leute umzubringen. Wobei... Schindra halt schon... Ist ja schon ein Arschgeigen auf jeden Fall, ja. Aber ja. Ja, krass. Also im Original war's so, dass die das One-on-One hatten. Auch auf diesem Schrottplatz. Nur war's dann am Ende so... Dass... Dein dann halt auch irgendwie... Eingesehen hat... Ja... Alles Kacke irgendwie... Ähm... Und er hat keinen Bock mehr zu leben. Und dann hat er sich... Im Original hat er sich einfach so rückwärts in so einen Abgrund gestürzt. Und das war quasi sein Ende im Original. Und... Ich glaube, ich mag das, wie es hier gestaltet wurde, sogar noch ein bisschen lieber. Weil es halt wirklich nochmal so diesen... Keine Ahnung... Es zeigt halt wirklich nochmal, dass er einfach nicht... Drüber hinweg kommt. Und dass er nochmal... Am Ende trotzdem nochmal alles probiert, hier diese Schindra-Leute umzumetzeln. Und... Ich find's auch sehr, sehr krass, wie er dann nochmal so... Am Ende wirklich, als er stirbt, dann quasi auf Barret. Also auf seinem besten Freund stirbt. Und... Keine Ahnung. Also, wow. Sehr Bild und sehr Story gewaltig, das Ganze. Ah. So. Ich trink nochmal kurz was. Was? Ich muss auch ein bisschen emotional runterkommen jetzt. Ey, ich hab die Story schon mindestens acht Mal gesehen, wenn nicht... Keine Ahnung, 80 Mal. Und trotzdem ist es immer noch... Uff. Ich wollte doch nicht spoilern. Hä? Aber das ist doch gerade passiert. Hahaha. Also, ich hab ja nur über das geredet, was gerade passiert ist. Ah. Sie hat ja keinen Spoiler mehr. Ich versuch mir halt so ein bisschen zu verkneifen. Ich krieg's auch nicht immer hin. Ich versuch so ein bisschen zu verkneifen, über Sachen zu reden, die halt noch passieren. Ich glaub, dass ich jetzt erwähnt habe, dass die anderen Charaktere halt auch alle ihre Stories haben. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm. Hoffe ich mal. Bezogen auf das andere Game? Das Original meinst du? Nö, also, ich geh tatsächlich davon aus, ähm, dass zumindest die Leute das Original mehr oder weniger kennen. Ich probier aber auch davon auszugehen, dass es Leute gibt, die das halt nur vom Namen her kennen und nie so wirklich gespielt haben. Deswegen probier ich halt über so Sachen nur zu reden, wenn sie dann wirklich passiert sind auch. Ach, krass, ey. So, ähm. Oh, Barret ist gerade gar nicht verfügbar? Oh, okay. Ich muss mit den Mädels. Alles klar. So, ich glaub, jetzt hab ich's wieder wie vorher. Äh, ja. Warum hat Yuffie denn hier einen freien Slot? What the fuck? Ah. Ne, das ruiniert jetzt das Ganze. Ja, jetzt, jetzt muss ich's halt auch nicht mehr. Ne, jetzt hau ich ab, ey. Tschüss, Streamer. Ey, wenn du alles gespoilert hast. Hast du... Hast du eigentlich FF7 auf der PS1 vor kurzem nochmal gespielt oder rum? Ich hab generell... Ich hab generell tatsächlich ein viel zu gutes Gedächtnis. Und ich muss sagen... Das klingt vielleicht toll, aber das ist teilweise gar nicht so was Tolles. Ähm. Aber ja, ich hab wirklich keine Ahnung. Ich erinnere mich wirklich an Sachen, die lange, lange her sind. Und... Gerade das Original hab ich halt auch, äh... halt ein paar Mal durchgespielt einfach. Und deswegen blieb das halt so im Kopf auch. Aber ja, lasst mich euch sagen, es ist gar nicht cool, sich an... viele Sachen zu erinnern. Weil es immer halt Sachen gibt, an die man sich eigentlich gar nicht mehr erinnern will. Aber... Ja. Und dann schieb ich dir noch so einen TP-Boost rein. Das ist ja zwei. So. Ein Schatten am Himmel. Aber FF7, Fun Fact, war damals mein erstes Playstation Spiel. Und ich wusste nicht mal, was Final Fantasy ist. Ich hab mir ne Playstation gekauft damals. Und hab irgendein cooles Spiel gesucht. Und ich liebe halt Rollenspiele. Hab das Cover von FF7 im Regal gesehen. Ich weiß noch, es war ein Media Markt. Und... Ich fand's ansprechend. Hab mir die Rückseite angeguckt. Ich dachte mir, ja, sieht cool aus. Da war auch irgendwie so ein Screenshot... So ein Screenshot mit Ifrit drauf und so und... Dann stand da auch... Es stand legit auf diesem Playstation. Auf dieser Hülle stand drauf. Dieses Spiel ist ohne Memory Card nicht zu schlagen oder so. Und da dachte ich mir, geil. Das klingt, als wäre es super lange. Das ist ein Rollenspiel. Da hab ich Bock drauf. Na, hab ich mir das damals gekauft. Der, der, der Robofrosch, Alter. Oof. Ohso. Uh, let's see now. Was das Bischmuck? Oder... Limits oder Synchro-Fertigkeiten können diese Maschine umkippen lassen. Im umgekippten Zustand richten Angriffe aufs Cockpit besonders großen Schaden an. Greife sie mehrmals hintereinander mit starken Fertigkeiten an, während Parma provozierendes Verhalten zeigt, um sie schockanfällig zu machen. Alles klar. Oh, sie hat Blitzgar? Warte, warum darf ich... Achso, stimmt, die haben uns geändert, dass die Gaspels jetzt zwei ATB-Balken brauchen. Ja, komm, scheiß drauf, dann spare ich. Ich will zehn. So, zurück in den Kreis. Und jetzt unser erster Gar-Spell, Leute. Der erste Gar-Spell, den wir einführen hier im Spiel. Blitzgar. Okay, der Damage... Oh mein Gott. Okay, es lohnt sich auf jeden Fall. Achso, ich muss auf ihn zielen. Ah. Ah. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Du hast es ausgeliehen und nie wieder zurückbekommen? Nein! Der hat es dann einfach verkauft? Was ist das denn für ein Kumpel? Was ist das für ein Arschloch-Move? Boah, da wäre ich sauer. Da wäre ich sauer, ey. Das ist es. Ich werde das vorgegeben. Geh' ihn! Göttliche Strafe? Uh! Ich glaube, es ging fort daneben. Jetzt keiner mehr. Genau, danach auf jeden Fall keiner mehr. Das finde ich ja... What the fuck, ey. Also wenn mir mal was ausgeliehen wurde, ich war immer so was von hinten dran, das zurückzubringen, weil... Keine Ahnung. Ich meine, die Leute vertrauen dir halt ihre Sachen an. Und da finde ich es halt richtig fies, dann einfach zu sagen, jo, hehehe. Egal. Wenn er nicht danach fragt, tu es. Ja, komm raus, komm. Vernichtender Laser? Äh. Ja, okay. Konnte ich jetzt nicht ausweichen. Quark, Quark. Quark, Quark. Quark, Quark. Provozieren, da ist er. Komm raus. Hä? Er kam nicht raus. Ramu. Ramu. Hilf! Du hast ihn sogar... What the fuck? Ja, was ist denn los mit dem? Was war denn seine Begründung? Einfach kein Bock, oder was? Das ist ja richtig assi, dann. Ich hatte das jetzt so verstanden, dass, keine Ahnung, er irgendwann vergessen hatte, dass es vielleicht von dir war, oder sowas. Aber wenn du ihn sogar aufmerksam gemacht hast drauf. Richtig assi-Move. Schwitzkasten, oh. Äh, das ist schlecht. Ja. Kiefer. It's up to you. It's up to you. Der Fienschlag. Robofrot. Schöner Limit-Break-Finisher. Gute Arbeit, Tifa. Trotzdem nicht Best-Waifu. Best-Friend-O. Oh nein. Ach, er ist immer noch am Trauern. Barrett. Barrett ist wie so ein riesiger Teddybär. Da ist unser erstes Vehikel. Oh nein. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. ich bin. Er hat alles mit angehört, Alter, der war bestimmt auch richtig am flennen. Jetzt tut es ihm voll leid. Denkt jeder ja, sehr ähnliche Charakter-Designs, stimmt mich auch vollkommen zu. Wie krass eine Muske, da hat er. Mein neues Gym-Ziel ist Dio, jawohl. Hey, weiß jemand, wie man das Ding versuchen kann? Das kann ich nicht machen. Dann kommen die Nadeln nicht mehr in dich rein für das Plasma-Spenden. Dann zerbrechen einfach die Nadeln. Er hat gesagt, er wollte, dass ich mit der Gefahr leben wollte. Ja, wir sind hier für dich. Um, um den Boden zu nehmen. Ich meine es jetzt. Ja, ich denke, du kannst. Komm. Komm. Das ist halt auch diese Freundschaften, die sich halt entwickeln dann. Und die Charaktere sich auch alle so kennenlernen dann. Und ihre Backstories und so. Am Anfang war ja Cloud echt so, ja, komm, gib mir meine 2000 Gehlo und dann bin ich weg. Die interessiert mich alle überhaupt nicht. Und jetzt ist halt echt so, weißt du, so durch dick und dünn alles. Und sie merken halt so, ja, irgendwie haben wir uns ja schon lieb und so. Einfach schön. Ja, Dio hat ja gerade gesagt, dass der eine ordentliche, äh, der kriegt ein ordentliches Begräbnis, hat er gerade gesagt. Er ist Zeit, die Blut hat ja jetzt. Ja, es ist Zeit, die Blut wird rauskippen. Ja! Ah! 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 Ach, natürlich! Mir wird das jetzt erst klar. Die Flüsse, über die wir nicht rüber kamen. Wo dieses, das Zeug drin lag, wo wir nicht vorbeischwimmen konnten. Da können wir jetzt mit dem Buggy drüber. Das war, im Prinzip war das im Original genauso. Mit dem Buggy konnte man über Flüsse fahren. Ja, okay. Ja, jetzt ergibt alles Sinn. Oh shit. Flucht mit dem Buggy, Alter. Engage in Target Bring it Oh shit Rrata ta 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 taap dra ta.. You want some? Let's do this. Let's do this. Bam. Attention, avalanche. You have no way to run. Surrender. Gotcha. Come on. Bring it. You want some? Who's that? Bring it. Gotcha. You want some? Help! Help! Millions dead. Oh fuck. Woo! Okay. Bring it. Gotcha. Gotcha. Who's next? You want some? Let's do this. Bring it. Gotcha. Who's next? Come on. Let's do this. Who's next? Who's next? Who's next? Come on. Let's do this. Es ist aber gut hier. Let's do this! Gotcha! Come on! Wow! Was zum Oh-Shit-Pama? Let's do this! Bam, 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 bam! Ich bleib jetzt einfach beim höheren Speed für das Fadenkreuz. Das ist viel angenehmer mit Homespeed. Oh weia, okay. Das klingt schon fast an FF14 hier. Oh, zu früh. Oh, fuck. Auf Kanone zielen ist nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit... Ja! I don't see where I'm at but me! Come on! Woof! You little corpse! I'm not done yet! Help! Nooo! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. What the? Are you wrong? Hang on tight! Oh, shit! No! What? What? What's wrong with this people! What? What? I... 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 3 plus? 3 plus? Also man hätte das auch besser machen können anscheinend. Man hätte es wahrscheinlich ein paar Affinity Points gegeben für Barrett. Schade. Oh, er hat das Foto... Ach Barrett... Oh, okay. Na gut. Da muss ich ja darüber nicht mehr schweigen. Ja, also er ist das, der die kleine Plüschkatze steuert. Ich sage... Du bist in ein sehr guter Mood. Na gut, es wurde produktiv. Ich habe nicht zu viel Spaß gemacht. Aber warum läuft er mit uns mit, Leute? Ist er gegen Shinra oder ist er vielleicht ein Spion für Shinra? Ja. 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 Ist sie eine höhere Priorität als die Materie? Hm. Nicht sie so viel wie ihre birthright. Es ist ein Traum von mir. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Entstanden. Gut. Wir stecken auf die Überraschung. Ich frage mich ja, wie viel sein Hund da frisst. Es ist ein Traum von mir. Wie süß. Wer bist du wirklich? Oh, komm mal. Du kennst mich. Kennst du mich nicht? Ich bin einer der Typen aus Kingdom Hearts. Ich bin einer der Typen aus Kingdom Hearts. Du und deine Gefhrzei. Du hast einfach nur ein Kind. Keine Ahnung. Seine Ahnung. Ein Piefgekund, pathetig, Dauberin, Kind. Eher klt. Unter diesem택IC Verlaufen... ...Verstehensz. Ich bemerke mich. Ich bin nicht verletz , Warum würde ich? Das hat mir alles gebracht. Das ist der Geist, den ich nachher schaue. Wir brauchen wirklich mehr Menschen wie du. Für die Welt einen Schuss in den Arm. Aber was willst du wirklich? Lass uns diesen Mannhunt beginnen. Der Gungagamann. Äh, ich? Gungagamann? Haben sie schonmal diesen Mann gesehen? Ich bin sorry, aber ich weiß nicht, wer das ist. Okay, danke für nichts. Hey du! Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Hey da. Hast du jemanden gesehen, der so sieht? Ich kann nicht sagen, dass ich es habe. Gott dammit. Und selbst wenn sie ihn gesehen haben, warum sollten sie ihm das servieren? Vielleicht bei den O. Oh, das war die Kirche. What the fuck? Ach, da ist er ja. Oh. Ist das? Haha. Da ist unser Mann. Oh. 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 und so war's. Oh. Wie krass sogar dieser Buggy aussieht. Wie sich die Räder halt wirklich an die Umgebung anpassen. Oh. Ich bin übrigens gerade nicht am Steuern. Also Tifa fährt uns gerade irgendwo hin, ich weiß nicht wo. Das Wälder, in der Mund. Das ist es. Ich bin es. Warte, warte, warte. Wir finden irgendwo... Fall over! Sie ist zu fangen! Warte, Lassi! Nicht in der Bucke! Nicht in der Bucke! Warte! When you don't know where life is leading... Wo kommt das mit her? You should get yourself... a leading! Mew 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 mew. Mew 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 mew. Okay. Es ist interessant zu wissen, dass nur eine kleine Kugel von hier gibt, noch ein weiterer Reaktor. Reaktor? Materia? Okay, ich bin gut. Alle, zurück in den Auto! Lass uns gehen! Nun, es könnte es nicht so schwer sein, dass es wieder rauskriegt. Was für ein Geist. Okay, nur eine kleine Kugel von hier. So ist es. Soll ich? Warum nicht? Herr Kugel? Wollen Sie das nicht hinterfragen? Okay. Was ist das, wenn Sie keine andere Idee haben? Wir werden außerhalb des Reaktors rauskriegen, bevor Sie sagen können, Mako! Mako! Oh, jetzt ist er in der Party. Buggy. Transportiert dich an Land sowie durch seichte Wasser und ist dabei schneller als ein Schokobo. Während du im Buggy sitzt, werden Materialien für die Synthese in der Nähe automatisch eingesammelt? Jo! Nice! Neue Attraktionen im Gold Saucer? Okay, und im Gold Saucer gibt es jetzt auch neue Sachen. Ja, wir können jetzt das Schokobo-Rennen machen. Und in der Muskelmanege steht ein Sechsterkampf zur Verfügung. Holy Shit! Oh, der fährt sich auch echt gut! Oh, der fährt sich auch echt gut! Ja. Oh! 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 Das Schokobo-Rennen ist das Schokobo-Rennen! Oh! Oh! Das ist eine Schlag! Oh! Oh! so viel zu entdecken. Ich denke, ich will erstmal hier. Hier gibt es nämlich noch ein paar Sachen. Wir gehen erstmal nochmal hier hin. Hallo. Da sind wir wieder. Hier, Birdie! Hier, Birdie! Die Kinder brauchen some help. What? Mommy said I'm not supposed to talk to you. Oh, is that so? Well then, why don't you talk to this old fella instead? He's tough. Tougher than he looks. And real good at solving people's problems, right? Wird aber nicht billig. Of course, I'm soft on kids. Helping them is what we do. Yes, to me. Well, what's the problem? Uh, you see? Mr. Birdie ran away and hasn't come back. Oh, Mr. Birdie is a bird friend of ours? His head is all pointy. Kind of like yours, Mr. Natürlich. Pointy, huh? I bet they're talking about Cloud Jr. Who's that? Your bird friend. He had to run in with a nasty fiend and we slaved his tiny behind. No way! Hey! You guys! Grandpa said he saw Mr. Birdie heading towards the desert. What? Well, we're not allowed to go all the way out there. You just leave it to us. We'll find your friend. Really? Promise. Ich würde es cool finden, wenn irgendwie wenn sie es so gemacht hätten, dass wenn man hier quasi alle Quests macht, dass die Leute weniger Panik vor Bariton also dass sie ihn vielleicht irgendwann wieder mögen oder so. Das wäre cool. In diesem Fall wir hätten besser herausfinden, wie wir uns ein paar Träppen transmuten. Ich habe gehört über deine Gefahr. Okay, aber das ist wieder so eine Quest, für die wir irgendwas craften müssen. Aber diesmal habe ich noch nicht das Rezept dafür. Ich verstehe, dass es keine Bezüge gemacht hat, wie ich diese Leute falsch gemacht habe. Ich will helfen. Ich brauche das. Was mit dem Reaktor passiert nicht dein Fault. Ich könnte dir das sagen. Nein, ich bin derjenige, der sich für die Verkaufel zu bauen. Sie sagt, dass du nicht. Ich habe meine Wäggen mit dir. Right. Es war ein Zeit, um das zu akzeptieren. Ich habe alles in meinem Macht, um zu vermeiden zu denken, um es zu tun. Eventually, I realized the excuses I was clinging to weren't making me feel any better what happened in Just don't go breaking your back. Yeah, well, it's stronger than you think I won't pretend it's all for the kids End of the day. I'm doing this for me Oh Was zum Teufel Okay Das ist ja mal ein cooler Trick I am Navalan Oh Oh Even that which some wish to keep hidden, you exude a powerful yet troubled aura, indeed, it makes you the perfect opponent. Come and don't you dare hold anything back. Wenn wir ihn schaffen, erhöhen wir unseren Rang. Komm, Rang 5. Wir haben doch schon ein Schlimmeres überlebt. Überschreibende Karte? Oh. Oh, what the fuck? Man kann die auf andere Karten drauflegen? Oh, wow. Welche Karte ist das denn? Die nicht. Okay. Okay. Oh, wow. Gewährt bei einem Sieg der Reihe, in der sie abgelegt wurde, einen Punktebonus von 10. Woah. Junge, äh. Ah, da. Das ist die überschreibende Karte, das Großhorn. Also, man kann das auf eine Karte legen. Das ist interessant. Man kann die auf eine Karte legen, die bereits da liegt. So, gerade für das Ende ist das dann nochmal cool. Oh, ich glaube, Dio ist auch ziemlich nice für uns. Das Riesenrad. Alter, was? Ah. Boah. Boah, so langsam kriege ich aber auch echt Probleme, hier zu überlegen, was wirklich optimal ist. Also, Dio ist im Prinzip wie unser Schokobo und Mogri. Nur halt in Rang 3. Uah, 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 uuh h. Ich finde diese Karte tatsächlich sehr, sehr gut für den Anfang vor allem. Die hole ich auf jeden Fall mal rein. Die passt eigentlich auch super in unser Deck. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht wieder zu viel reinnehme und ich dann nichts mehr zustande bekomme. So, wir müssen aber noch zwei rausschmeißen. Ich glaube, ich mache tatsächlich, mache ich Shiba glaube ich nochmal raus, weil ich benutze sie wirklich sehr, sehr selten und sie ist ja wirklich eine Karte, die man nur ganz am Ende benutzen kann, wenn überhaupt. Dann mache ich die raus und ich mache hier auch noch einen Kaktor raus. Okay. Unser neues Deck gegen Meister Narbalan. Ich fange jetzt mal so an. Ganz ungewohnt. Öfter mal was Neues. Das ist ganz ungewohnt. Clever, clever. Einfach so, weil Cock ist geil. Ehret den Cock. Oh, guck mal hier. Oh, das Problem ist aber, die gegnerischen Karten werden dadurch auch erhöht. Tatsächlich aber habe ich dadurch mehr Vorteile. Weil ich ja für jede Karte, die erhöht wird, auf meiner Seite, nochmal plus 1 auf dem Schokobuck kriege. Das heißt, Moment, ich gebe ihm 3 Punkte dazu. Und mir gebe ich, na gut, mir gebe ich auch 3 Punkte dazu. Ne, 4. Genau, und Ifrit wird dadurch auch nochmal verstärkt. Ja, okay. Ich glaube, das wird sich lohnen. Vielleicht liege ich falsch. Das Problem ist, ich werde verlieren, weil ich nur eine Reihe habe. Glaube ich. Oh! Wobei! Ah, shit, jetzt hat sich unten das nochmal erhöht. Ah, shit. Alles klar, Mu. Danke, dass du hier warst. Mach den schönen Abend. Oh, wir haben trotzdem gewonnen. Wir haben trotzdem gewonnen, indem ich nur eine Reihe gewonnen habe. Feels good, man. Woher kennen sie Sir Kokok? Tja. Tja. Jeder Jüngling, ja. Der den Traum verfolgt, einmal ein großer Ritter zu werden. All diese Leute kennen natürlich den legendären Sir Kokok. Sir Sir Kokok. Mit dem doppelten Rittertitel. Oh. Oh, oh, Leute. Neues aus dem Shadow Realm. Das ist Maximilian Pegasus, Alter. Was bedeutet, dass... ... dieses Nightmare ist aus meiner eigenen Macht. Ich wusste nicht, wie konnte ich... ... der immer ab einer bestimmten Anzahl gewonnener Spiele oder nach einem Rangaufstieg oder so kriegen wir plötzlich so eine... ... so eine Ein... ... so eine Vision von diesem Typen halt. Der irgendwie meint, er wäre der Schöpfer vom Kartenspiel. Und das Kartenspiel ist weitaus mehr, als die Leute denken. Es ist nicht nur ein einfaches Spiel. Es ist... ... es ist... ... das krasse Darkness of Doom und so. Natürlich. Was habt ihr erwartet, Mann? Die Karte ist verflucht. Das Ende ist da. Ich musste auch direkt an Belmond denken, ja. Castlevania. The Shadow Blood Queen. Oh, fuck, Alter. Ah, let me guess. You have dreamt the dream of the Drell Balmain 2. What do you know about it? Only rumors in here say that players of particular scale have experienced strange visions of nature. Was ist da irgendwie so ein Training-Kart-Anime? Visions in which one is visited by the ghost of the game's creator, who speaks of portentious events. To add another wrinkle. Some of the world's very best have recently met with unnaturally violent deaths. Nein. They call this the curse of the Drell. Not even my third eye can discern the true cause. But it is clearly something sinister. If you wish to continue on the path of the Karte, then remain vigilant. But it may lead to your unnaturally violent death. Why wouldn't you give up your hope? Oh nein, meine Lebenspunkte! So, das wär schon mal erledigt. Aufstellende Vogel fallen. Okay, da sollen die Fallen hin. Wir müssen die aber erstmal craften. Ja, wir müssen, wir müssen rum und, keine Ahnung, wir müssen Sachen erkunden hier. Wird's wert, dass wir erstmal so ein paar von diesen Türmen steigen. Wo ist eigentlich Exodia? Darauf warte ich auch. Irgend so eine Karte mit so fünf Teilen und wenn du die alle aufs Spielfeld gelegt hast, dann hast du einfach instant gewonnen. Auf sowas warte ich auch noch. Ab in den Buggy! Let's go! So, wo gehen wir denn zuerst hin? Ich würde hier fast sagen, wir fangen einfach mal... Ne, wisst ihr was wir machen? Wir starten hier oben. Dann gehen wir einfach nach Süden. Und, ähm, eventuell können wir dann auch direkt die Quest für ihn hier machen. Oh, eventuell, just yoink! Just don't keep me waiting too long. We Johnnies are delicate flowers that wilt in the desert heat. Let's go! Testen wir unser neues Gefährt aus, wie das aussieht im Wasser jetzt. Und erst mal, erst mal Johnny umfahren, genau. Let's gooo! Nice! Das passiert dann, wenn ich so ein Gegner ranne. Wir fangen an zu kämpfen. Das bedeutet, dass wir uns auf verschwärts sind. Wir sind nicht mehr. Was ist, wenn wir ein paar Beeren klonieren? Wir fangen uns in Oblivion auf sich. Wir fangen uns in Crossfire. Wir fangen mit uns an. Wir fangen mit dem. Wir fangen mit uns an. Hey, was ist Diva? Was ist Diva? Was ist Diva? Diva. Oh, schau. Busted! Ich dachte, Ninjas sollten wir silent sein. Oh, vergib mir, dass du deine Fantasien unterbrechen kannst. Ich lasse dich zurück zu sein. Mann, ich find's so cool, dass sogar das hier, also mit dem Wagen, dass das halt alles, ich weiß nicht, also, für mich ist das immer noch ganz großes Kino und ich kann nicht fassen, wie, wie krass das Spiel ist. Vor allem, das hält sich halt an so vieles vom Original auch und macht es teilweise noch besser. Das ist einfach, das ist einfach, damn. So Leute, jetzt gehe ich wieder das cozy Regionsgefahren los. Jetzt treiben wir uns erstmal so ein bisschen Zeit in der Wüste, ganz gechillt. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass bei dem Ort, wo wir jetzt hingehen, dass da nochmal so ein bisschen was extra sein wird. Also etwas, das wir im Original wahrscheinlich nicht gesehen haben. Ich hab da so eine ganz starke Vermutung. Tatsächlich war dieser Ort, wo wir jetzt hingehen, nämlich ein optionaler Ort, soweit ich mich zurückerinnern kann, im Original. Wo man nicht unbedingt hin musste, aber hin konnte. Und wenn man dort nochmal hin ging, ganz, ganz viel später im Spiel, dann gab es dort so eine kleine Extra-Cutscene. Ich bin mal gespannt, ob das hier so ein bisschen ausgebaut wird. Turmalin, Zink, Erz, 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 Urz. Was ist mit der Schimären? Kennen wir ja alle schon. Wo ist denn der? Oh Gott, wie bin ich denn wieder so vom Weg abgekommen? Aber der Bucky darf nicht in die Höhle? Oder da war einfach kein Platz, Moment. Ich probiere es nochmal. Ja, okay. Wie der halt einfach da ist dann. Das ist cool. Das Ding ist aber auch wirklich schnell. Big fan, ey. Okay, also wenn ich an so ein Ding ranfahre und wirklich Angriff drücke, bevor wir es rammen, dann kriegen wir einen Präventivangriff und springen aus dem Buggy raus. Das ist auch cool. Was, der hat Cloud verschluckt? Hey! Keep up the pressure. It's all, give me your all. This one's for you. Get up! So, brace yourself. Huh, moving on then. Ein Kampf gegen Sephiroth. Den Wagen von oben ruf auf Sephiroth. Ne, da haben wir ja schon das Luftschiff dann. Lassen wir einfach das ganze Luftschiff einfach so boom. Oder noch besser, das Luftschiff mit dem Buggy zusammen. Er war so auf seine Birne. Mokri. Oh, halt. Nicht das Wichtigste vergessen hier. So, was haben wir alles? Mhm, 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 mhm. Bip, 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 bing. Okay, wieder eine Proto-Substanz-Quest. Mal gucken, was wir dieses Mal machen müssen. Aha. So. Ähm. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen einfach so der Nase nach. Hier ist eine Jagd. Da, 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 da. Ich genieße das wirklich sehr, wie das hier gemacht ist mit diesem, äh, forschen durch diese ultra-großen Regionen. Macht echt fun. Okay, da kann ich wahrscheinlich nicht mit dem Buggy runter. Wobei, ich hätte es ja mal probieren können. Warte, was? Oh, was? Oh, okay. Ach. Okay. Um wieder hier hochzukommen. Lustig. Oh, warte. Die guten Magnethände, ja. Ich würde nie das Hause ohne sie verlassen. Wow, warte, sie hat recht. Moment, sie hat absolut recht. What the fuck? Und hier ist, hä? Hier ist doch definitiv irgendeine Art Haste oder so. Kann es aber noch nicht drücken. Ich vermute, ich vermute, hier kommt man später mit einer Quest hin. Und ich habe es zufällig viel zu früh gefunden. Ja, das ist mega, so. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Proto-Substanz-Quest, dass die hier am Ende hinführt. Das ist ja lustig. Ja, Leute, wir waren mal wieder zu schnell. Oh, da ist ein kleiner Schokobo-Freund. Eigentlich will ich ja da hin, aber wenn er schon mal da ist, komm. Wo geht's lang? Hier lang? Ah, ja. Hier mit schönem Ausblick direkt auf die Koste der Zoll dahinten. Okay, ich bin hier ganz am Rand. Das ist doch eigentlich ziemlich cool. Genau, aber jetzt gehen wir erstmal hier. Jetzt rufe ich den Buggy. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Oh, da. Wir spielen jetzt Dune. Eis ist natürlich wirksam. Kannst du bitte Cloud wieder freigeben? Gewinne ohne verschluckt zu werden, ich habe jetzt schon verkackt eigentlich. Wow. Ich komme. Holy fuck, das ist ja richtig mächtig sogar. Wir haben zum ersten Mal unsere neue Ability benutzt. Geil, Mann. Der holt ihn einfach an die Leine und schmeißt ihn rum, ey. Der Peter ist nicht glücklich. Ne, wir haben ja seine Zustimmung. Das ist alles voll korrekt. Er will das so, okay. Ja, wir müssen jetzt aber noch gewinnen, ohne verschluckt zu werden. Ja. 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 was mache ich dagegen ich glaube ich muss mit irgendjemand mit irgendwem der schnell ist muss ich weglaufen ich glaube das verschlucken kommt automatisch direkt nachdem der auftaucht irgendwie muss ich das doch dodgen können die 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 Was kommt's wieder? Elementare Schwäche während Vertilgen ausnutzen? Muss ich da wirklich so ein ultra gutes Timing haben? Dass ich direkt, wenn der vertilgen will, dass ich dann Eis caste? Geht das vielleicht so? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich frag mich halt nur, ob's glücklich funktioniert. Macht das jetzt? Ja, okay, vertilgen. Ja, aber... Ähm... Oh, ich hab's gedodcht! Ich weiß nicht wie, aber ich hab's gemacht. Haha, okay. Wow! What a fight! I'll show you what I can do. I know you can do this! One more! Get him! Try using it! I got this! No being can stand against you! Ja, mach einfach Feuer! Nein! Bitte nicht! Oh! Okay! Oh! Oh! Ich wusste, du hattest es in dir! Weg zu gehen! Okay, es ist wirklich, dass man quasi geradeaus von dem Verteiligen wegläuft und im letzten Moment bin ich dann auch nochmal gedodged. Ich weiß nicht, ob man das machen musste, aber auf jeden Fall hat's funktioniert. Uh! Okay. Uh! Wuh! Weiter geht's! Weiter geht die wilde Fahrt! Was ist das denn hier eigentlich? Ich werde aber auch, ich werde auch konstant irgendwie abgelenkt von irgendwas. Oh! Da! Vogel! Wo will er hin? Was ist mit dem automatischen einsammelnde Items? Sehr, sehr geil. Oh! Hier scheint es so gut wie alles irgendwie unterirdisch zu sein. Oder auch nicht. Wie weit denn noch? Warte. Warte. Vor allem sind das doch gerade die ganze Zeit Sachen, die ich eigentlich noch gar nicht auf der Karte sehen kann. Aber ich komme halt zufällig vorbei. Ist auch nice. Guck mal, wir sind schon fast zur Hälfte fertig hier mit der Region. Das ist aber nur, weil wir hatten ja schon mal, ähm, genau, also die Costa del Sol, die hat ja auch dazu gezählt. Synthese-Chip. Ich nehme mal an, das ist rein zufällig genau das Rezept, was wir brauchen, um die Fallen zu craften für die Vogel-Quest. Ist euch eigentlich aufgefallen, wie oft es im Moment so um Vögel geht? Irgendwie sind überall Vögel. Die Gegner sind Vögel. Die Quests haben Vögel. Wir werden von Vögeln rumgeführt, äh, gefögelt. Äh, ne, was? Auf jeden Fall sind sehr viele Vögel da. Die haben doch nen Vogel bei, bei Square Enix. Oh, Schatz. Oh, Schatz. Schätzle. Wo ist Schätzle? Schätzle. Da ist Schätzle eins. Wo ist Schätzle zwei? Schätzle zwei? Hm? Hm? Ah doch. Ich habe es nicht gesehen bei Gelb auf Gelb. Bing, 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 bing. Warte, ich will da durchfahren. Eine alte Haltestelle. Warte. Wieso bin ich denn hier? Ich wollte da... Was? Warte, wie bin ich denn hier runter gekommen? Mann bin ich schlecht im Navigieren Ja gut, dann kann ich jetzt auch da hoch Irgendwie Oh fuck Äh ja, wie komme ich denn da hoch? Oder ist das hier unten? Style Points Ah da Oh warte, man kann da hoch Braucht nur irgendwas zum Festhaken Ah Führe mich Ja 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 Da ist ein Kaktor Vielleicht muss ich ja auch ein paar von denen Kaktrine Achso, ich sehe schon Weil sie eine Blume oben hat Ist sie weiblich, natürlich Natürlich Die Kaktrine Ja 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 Alexander Schrein Gamma Ich glaube da fehlt uns noch Beta Ja 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 Sander? Die, 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 die! Hallo Cloud, ich muss dir wieder etwas komplett unnötiges sagen Ich hoffe, dass wir Daten von anderen Krystallen auch ausprobieren können. Okay, vielleicht schaffe ich es ja diesmal, wenn ich nochmal von hier aus gehe. Wobei, wir haben jetzt auch das hier. Ein Synthese-Chip. Vielleicht sollte ich das zuerst machen. Geh einfach nach rechts. Warte, ist das wirklich genau... Ach, guck mal da. Ach, das war... Ah! Da waren wir schon und ich meinte noch so, hä, das ist aber komisch, dass hier nichts ist. Ja, okay. Okay. Schoko-Bro! Hilf! Da drin, oh? Okay. Doch nicht da drin. Oder? Ne, ist... Ne, ist hinter dem... Hier irgendwo. Aha. Oh! Nein! Hello! Langsam! Brrrr! Brrrr! Der Schal des Krolls. So, ich nehme mal stark an. Wir müssen jetzt hier weiter gehen. Irgendwo da oben. Ja, red aufm Schokobo ist wirklich alles der Highlights. Das ist richtig lustig. Stimmt hier. Ach man! Blöde Fische. Ach so, stimmt. Wir haben ja jetzt, äh, hier Catchy haben wir ja auch dabei. Den können wir ja auch mal ausprobieren. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Lass direkt mal gucken, was der so hat und kann. Blablablabla bla 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 bla. Amplifikation hat er! Uuuuuh! Mh! Mh! Scheint auch so eine Art Tank zu sein. Tatsächlich. Nö... Du-du-du-du-du. Du-du-du-du du-du-du du-du. Ba 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 Ba. Ja, ihr wisst Megafo-on. Wirft einen Würfel. Oh ja, ah, 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 ah. Er ist genau wie damals vor RNG! Deswegen mag ich ihn gar nicht. Aber wir probieren es trotzdem. Wirft einen Würfel, dessen Augenzahl den Effekt bestimmt. Ob es richtig zwiebelt oder nur leicht zwickt, weiß das Glück allein. Haben wir irgendwas, was das Glück erhöht? Könnte nämlich sein, dass das bei ihm hilft. Ich glaube eher nicht. Sad. Dann gebe ich ihm eine Überlebensweste. Pio 4. Pio 4. Verlängert auf Gegner gewirkte Debuffs. Vielleicht mache ich ihn zu einem Debuff-Charakter. So, was muss ich mit dem Megafon machen, um zu lernen? Gegner niederstrecken. Okay. Easy enough. Easy enough. So, ich würde sehr gerne diese Amplifikation. Das ist nämlich eine richtig, richtig mächtige Materia für später. Weil, so was man einfach denken würde, ja okay, dann mache ich jetzt irgendwie so einen Angriffs-Zauber oder so rein, dass ich quasi alle Gegner mit Feuer treffe direkt oder so. Voll cool. Ne, aber so die wirkliche Power von dem Ding ist tatsächlich, dass man Buff-Effekte auf alle machen kann. Also, was ich zum Beispiel sehr gerne gemacht habe für die Super-Bosse am Ende der anderen Spiele, war, dass ich Amplifikation mit Zeit kombiniert habe, dass ich quasi mit einem Mal Hass auf allen Charakteren habe. Das ist so, so geil. Ich glaube, das will ich auch wieder so machen. Muss ich jetzt nur überlegen, was ich dafür entferne. Oh, unser effizientes Blocken ist bald gemaxed. Auch cool. Ich glaube, ich mache Provozieren nochmal zu Barrett. Und dann gebe ich Red, Amplifikation. Amplifikation mit Zeit. Sehr, sehr geil. Das machen wir. Ja, er hat halt, also, wisst ihr, was ich bei ihm noch machen kann? Er hat momentan, oh, warte, er hat Glücksboost, hat er schon, ah, ne, Quatsch, ist Level 1. Es ist Level 2 wegen dieser Materie hier. Aber ich glaube, ich habe schon irgendwo, was nicht aus der Tiefe, oh, okay, ist auch noch Level 1. Okay, der never mind. Aber ja, wir können sein Glück ein bisschen erhöhen mit dieser, äh, Glücksmaterial. Also, und Yuffie will ich natürlich. Yuffie kriegt auf jeden Fall, ab jetzt wahrscheinlich für alle Zeit, die Diebeshandschuhe. Erhöht die Erfolgsrate beim Stehen. Ja, gut, dann, äh. Es graut mir, es graut mir davor, aber wir holen ihn rein. Uiuiui. So, Schoko Bro. Hier hinten war es, ja? Ja. Ja, er war halt auch im Originalspiel so ein richtiger ANG-Charakter. Das krasseste ist, er hatte einen Limit Break. Den hat er wahrscheinlich auch immer noch. Ähm, das quasi so eine Slot Machine war, also so ein einarmiger Bandit quasi. Und da gab es die Möglichkeit, dass man was bekommt, was die Gegner instant tötet. Und das hat tatsächlich auch bei Bossen funktioniert. Und ich glaube, im Speedrun von dem Spiel ist es tatsächlich so, dass die irgendwie so das ANG manipulieren. Sodass sie mit Catchy immer genau das bekommen und dann die Bosse quasi one-shotten. Das ist richtig dumm. Sanmata, ja. Abyssus Reif Plus. Oh, das ist nice. Ba, 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 ba. Meine Freunde machen wieder Krawall hier. So, das wäre erledigt. Ihr mit dem Buggy, bitte. So. Und vielleicht schaffen wir es jetzt irgendwie tatsächlich in den Osten. Ich muss mich ganz doll anstrengen. Schockanfällig und Schock. Okay. Sounds easy enough. Ach du Scheiße. Was ist das denn hier? Oh, hallo? Ich kann sie nicht mehr ans Target nehmen. Was ist das denn wieder für ein Mist hier? Ich bin okay. Ich kann sie nicht mehr ansetzen. Ich kann sie nicht mehr ansetzen. Ich kann sie nicht mehr ansetzen. Catchys Stärken. Catchy maltretiert seine Gegner mit einem Megafon und seinem Mogri. Drücke Viereck für Angriffsserie mit dem Megafon und rufe mit der Fertigkeit Kupo den Mogri. Achso, der hat den gar nicht standardmäßig dabei. Bei erfolgreichen Angriffen des Mogris fühlt sich die Mogri-Leiste, die spezielle Fertigkeiten erlaubt. Manche lassen sich nur einsetzen, wenn der Mogri anwesend ist. Der Mogri kämpft selbstständig, bis er sich bei 0 TP zurückzieht, kann jedoch sofort wieder gerufen werden. Aha. Halte beim Reiten Viereck für einen Angriff mit dem Mogri gedrückt. Mit Kreis steigst du ab und mit Dreieck wieder auf. What the fuck? Okay, das klingt sehr bewirrend. Your assistance is much appreciated. Feel life what you can. Whatever. What the fuck? Erstmal Analyse auf das Ding. Come on. Hat's nicht funktioniert? Oh mein Gott, was ist das für ein... Was ist das für ein scheiß Gegner? Kupo. Oh, okay, 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 okay. Ähm, ich hab hier gerade echt Probleme. Ähm, okay, ich, ähm, Mann, ich weiß nicht, wie ich die da rauskriege. Hier, Wahrsagerei, guck. Das sieht nicht gut aus. Okay, also irgendwie, hm. Bei den normalen Fischen ist es so, dass wenn man die blockt, wenn die aus dem Boden herauskommen, dass sie dann schockanfällig sind. Ich glaube, mit denen hier muss man angreifen, damit das passiert. Herr Frostermann, jo. Oh, gute Nacht dir. Danke fürs Dasein. Ja. Okay, so, Analyse ist raus. Attackiere sie, wenn sie den Sand verlassen hat, um sich schockanfällig zu. Okay, ich hatte recht. Alles klar. Alles klar. Boah, das ist so nervig. Oh, okay. Okay, ich glaube, einer ist weg. Ich glaube, ich glaube, ich fühle mich. Mann. Ja, jetzt. Jetzt. Die waren nervig, die Fische, ey. Die waren richtig nervig. Meine Güte. Uff. Blablabla, das waren tolle Fische. Blablabla. So, dann gehen wir jetzt hier oben hin. Wo ist unser Boogie? Boogie! Boogie! Warte, da ist noch Zeug. Das will ich auch noch einsammeln. Da hinten ist noch mehr Zeug. Scheiße. Uhuhuhu! Äh. 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 Scheiße. Ob ich da rüberspringen kann? Holy shit! Geht der Buggy, Alter! Der Buggy ist übelst geil. Das ist mal so ein richtiges Offroad-Ding. Ich fühle mich echt, als käme ich damit überall hin. Da ist noch eine. Guck, ob ich die letzte von hier oben sehe. Da. 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 Das ist die Sandstorm. Das ist die Sandstorm. Das Giga-Masher wieder. Das ist die Sandstorm. 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 Oh, thank goodness I finally got through. Are you alright? I'm fine. But what the hell was that just now? I'm investigating the matter as we speak. In my initial analysis of the sand, I detected a protorelic-Signal I'm sure how they're connected, but I fear we might be after the same thing. So, of course, we're talking about the same thing, but there's no telling where it might appear next. But I'm going to do it, but I'm going to do it, but I'm going to do it, but I'm going to do it for you. We're going to do it, but I'm going to do it, but I'm going to do it, but I'm going to do it for you. I'm going to do it, but I'm going to do it, but I'm going to do it, but I'm going to do it for you. I'm going to do it, but I'm going to do it, but I'm going to do it for you. Okay, I'm going to do it for you. I'm going to do it for you. And, yo, what do I say? Also, Spiel ist bisher noch kein bisschen abgeflacht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es wird sogar noch immer besser. Mit Stunde zu Stunde. Wir spielen jetzt 50 Stunden. 50 verdammte Stunden. Da hast du manch andere Spiele, hast du 25 mal durchgespielt. Und wir sind gefühlt gerade so in der Mitte oder so. Das ist Wahnsinn und es ist einfach so konstant geil. Was für ein Erlebnis. Ich probiere morgen auf jeden Fall wieder da zu sein, Leute. Nicht vergessen hier auf Twitter oder auf Discord gucken. Je nachdem, was ihr lieber benutzt, wann ich dann online bin. Und, yo, ansonsten, ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Hiersein, für den Support, fürs Chatten, für die gute Zeit. Und wir machen noch eine kleine Raid-Nachricht. Das machen wir ein schönes. Danke für die tolle Unterhaltung. Mach ich gerne. Es ist mir eine große Ehre. Und ich habe so auch einfach viel mehr Spaß, als wenn ich es einfach nur alleine spielen würde. Das ist echt. Sage ich auch nicht einfach so, weil es gut klingt. Sondern das ist wirklich mein voller Ernst. Es macht so viel mehr Spaß. Wenn du so ein paar Leute dabei hast, mit denen du drüber reden kannst und so weiter. Leute, hier ist unsere Raid-Nachricht. Spamt das schön. Wir sehen uns wieder morgen. Haut rein. Habt einen schönen Tag. Bis denne. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.